Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir eine wundervolle Geschichte von Betty Hertel. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Das Geheimnis des alten Stadttores Erstes Kapitel Der alte Turm und seine Bewohner In vergangenen Zeiten hatte die alte Mauer die kleine Stadt liebevoll in ihre Arme geschlossen. Nun stand von ihr in der ursprünglichen trutzigen Form nur noch ein mächtiger Torbau. Auf der einen Seite schmickte sich an ihn ein halb verfallener Mauerrest, der sich als kümmerlicher Zeuge einer längst versunkenen Pracht seines Daseins zu schämen schien und mehr und mehr in sich zusammenbrach. Drüben aber stieg wie ein echter Emporkömmling der stattliche Neubau des städtischen Krankenhauses in die Höhe und blickte aus seinen langen Fenster rein hochmütig auf den alten Turmnachbar, der nur mit einem einzigen Auge, dicht unter der Zinne, die Welt draußen vor dem Städtlein anschaute. Und welche Fülle von Luft und Licht und Sonne war dort zu holen! Verließ man durch das alte Tor die kleine Stadt, so konnte sich das steinmüde Auge kaum satttrinken an dem weichen Grün, das Wiese und Wald verschwenderisch gaben. Ganz stolz auf ihren Wetteifer spiegelten sich die beiden in dem klaren Weiher, der ihn wieder an hellen Sonntagen als Gegenruß das blaue Himmelsauge strahlen ließ. Doch nur selten durchschritt ein Mensch das alte Stadttor mit seinem merkwürdig verschnörkelten Turmbau, auf dessen Zimmer ein zerbrochenes Rad den Hochsitz eines Ritters Langbein kündete, der just seinen Flug nach dem Lande des Nil beendet haben mochte. Die Bewohner der Stadt wählten die freien Ausgänge zu Wiese und Wald, und nur selten kam ein Wanderer seines Weges, den durchs alte Tor am frühen Morgen zum Städtlein führte. Dann konnte er das einzige Fenster des Turmes im Gruß der aufgehenden Sonne leuchten sehen. Wie ein Brennglas sammelte es die Strahlen, und es erschien wie ein geheimnisvoll glühender Rubin in grauer, unscheinbarer Fassung. War aber einer aus der Stadt des Abends noch draußen und wollte geradewegs heimkehren, so sputete er sich, damit er der Nacht mit ihren dunklen Schatten zuvor käme. Denn diese huschten in dem Torgang gleich unheimlichen Gespenstern hin und her. War es doch statt bekannt, dass es in dem alten Turm spuke? Gab es in dem ganzen Ort ein Männlein oder Weiblein, das nicht die schauderhaftesten Geschichten davon zu erzählen wusste? In Einzelheiten gingen sie zwar oft auseinander, je nachdem sie von dem Großvater stammten, der schon seit einem halben Jahrhundert im kleinen Friedhof schlummerte, oder von einer alten Mume, die sie von ihrem Vater wusste und mit allerlei grausem Zierrad verschnörkelt hätte. Der Kern, um den die Schauer mehr in ihren Tanz schlangen, war jedenfalls der gleiche, feste, unverrückbare. Im Turm lag ein unermesslich reicher Schatz vergraben. Zur Zeit der Schwedenkriege hat es einer getan, dem es bange werden mochte um seine schweren Geldsäcke. Weil er aber niemand auf Erden traute als sich selbst, so wusste keines Menschen Seele von seinem Geheimnis. Und eines Nachts holte ihn eine Uhr plötzlich von seinem Lager und führte ihn in ein Land, in dem nicht nach Geld und Gut gefragt wird und von wann es auch keine Heimkehr mehr gibt. So lag der Schatz seit uralten Zeiten im Turm, und wie oft man auch Versuche machte, ihn zu heben, er ließ sich nicht finden. Wenn darüber auch die Bewohner des Städtleins sich schon lange beruhigt hatten, einem ließ er keine Ruhe noch Rast, und das war eben der, der ihn vergraben hatte. In mondhellen Nächten und zu bestimmten Stunden kam er in den verschiedensten Gestalten zu dem alten Tor und schaute nach, ob der Schatz noch unversehrt an seinem Platze wäre. Viele hatten den unheimlichen Gesellen schon gesehen, aber mochte sie die Angst und das Grausen verwirrt haben, ihre Schilderungen wichen himmelweit voneinander ab. Die einen glaubten, feurige Augen zu sehen, die denen einer Eule ähnlich waren. Die anderen meinten, eine kleine Gestalt erblickt zu haben, die gleich einer Fledermaus einen schwarzen Mantel um sich schlang. Wieder einer wollte ein schreckliches Geschrei gehört haben, das an den unheimlichen Ruf eines Kauzes erinnerte, während ein anderer ganz leise, heimliche Geigentöne vernahm, als würde der Geist seinem Schatze ein seltsames Schlummerlied spielen. War es da ein Wunder, wenn niemand das prächtige, weite Turmgemach bewohnen mochte, das sich in dem alten Bau erstaunlich gut gehalten hatte? Nicht bewohnen wollte trotz der gemütlichen, warmen Holzverkleidung bis zur halben Wandhöhe, trotz der reich verzierten Täfelung der Decke, trotz des mächtigen Kachelofens mit seinen zwei großen, offenen Durchsichten. Einmal, es war vor ungefähr sechzig Jahren gewesen, hatte der Turm vor kurze Zeit einen Bewohner gehabt. Ein wunderlicher alter Kauz, als Sonderling im Städtchen bekannt und gemieden. Denn, obgleich er schwer reich war, seine Hand blieb stets verschlossen. Man wusste von ihm gar viel zu erzählen, dass sein Geist sein Weib in den Tod getrieben und dass der einzige Sohn sich vom Vater gekehrt hätte, nach Amerika ausgewandert und dort verdorben oder gestorben sei. Wenn man den Leuten glauben wollte, so war der Alte nur in den Turm gezogen, um dort mit seinem Gelde ungestört zu sein. Eines Tages aber durchlief das Städtlein die Kunde, dass der wunderliche Kauz unter Zurücklassung seiner Zimmereinrichtung verschwunden sei. Die einen meinten, er sei übers große Wasser gefahren, um nach seinem Sohn zu suchen, weil ihm das Gewissen keine Ruhe lasse. Die Gründlicheren, und das war die Mehrzahl, wussten mit Bestimmtheit zu sagen, dass der Leibhaftige selbst ihn geholt habe. Seitdem, wie es wolle, genug, der Alte Joachim Kroner kam nicht mehr zurück ins Städtlein. Seine Mobiliarschaft wurde versteigert, und er erlöst den Stadtarm überwiesen. Nur ein alter, riesiger Kleiderschrank, der auf dem Speicher stand und den wegen seines Umfanges niemand wollte, blieb als einzige Erinnerung an den Turmbewohner stehen. Seit der Alte Kroner den Stadtturm verlassen hatte, war es trotz der eifrigsten Bemühungen nicht mehr gelungen, einen neuen Mieter zu finden. Die würdigen Stadtväter ärgerten sich weitlich über den schier unglaublichen Widerstand der Einwohner, wenn sie in öffentlicher Sitzung Jahr für Jahr den Ausfall der Mietsumme buchen mussten. Doch heim aber, im stillen Kämmerlein, gestanden sie es sich ehrlich ein, dass ihr eigenes Heldentum auch nicht auf stärkeren Beinen daher schritt. So wurde es denn mit einem einzigen Freudenschrei begrüßt, als vor mehr als zwei Jahren wie ein Lauffeuer die Nachricht durchs Städtlein flog, dass der alte Turm einen Bewohner gefunden habe, noch dazu einen, der mit großem Behagen übergesiedelt sei. Und alle kannten ihn, obwohl er selbst den Leuten aus dem Weg zu gehen pflegte. Es war der alte Jörg, ein weißhaariger Invalide aus dem Krieg 1870-71, von dem er zwar viele Ehrenzeichen, aber leider nur ein einziges Bein mit heimgebracht hatte. Seit dieser Zeit hauste er in dem kleinen Häuslein gegenüber dem Krankenhaus und lebte zuerst mit seiner Tochter und nach deren Tode mit dem einzigen Tochterkind zusammen. Vor zehn Jahren hatte das junge Ding geheiratet, und da schien das Haus für die drei Menschen zu eng zu werden, besonders, als sich bald auch Raum für eine Wiege finden musste. Aber je kleiner das Häuslein für seine Bewohner wurde, umso schwerer vermochte sich der alte Jörg von seinem kleinen Urenkel zu trennen. So erschien es als ein Glück, dass das Torzimmer wieder einmal versuchsweise in all seinen wirklichen und eingebildeten Reizen in dem einzigen Stadtblättlein geschildert und zur Vermietung ausgeschrieben wurde. Der Alte war rasch entschlossen. Dort drüben stand er niemand im Wege und konnte doch, so oft er wollte, seine kleine Annemarie um sich haben, die mit ihrem jungen, erst aufgeschlossenen Leben die stärksten Fäden um das zu Ende gehende des Urgroßvaters schlug. Der Alte Jörg aber wurde oft ob seines Mutes sogar von der Stadtjugend bewundert, die sonst nicht mit der Tugend der Ehrfurch sonderlich beschwert war. Sein Gesicht, das seinem frischgepflügten Ackerglich auf dem Raureif lag, überflog ein Lächeln, wenn er die Kappen sah, die flugs vom Kopf verfuhren, sobald ein Junge ihm über den Weg lief. In die Stadt selbst ging der Alte nur selten, meist nur dann, wenn er sich im Lebzelder Gästlein seinen Tabak holte. Denn neben seinem Enkelkind war die Pfeife seine beste und treuste Freundin, die ihn Tag und Nacht nicht verließ, die bereits in seinem Mundwinkel so tiefe Furchen gegraben hatte, dass sie da sicher und fest lag, auch wenn sie schon lange kalt geworden war. Die Alte Hollerfrau vom Armenhaus, die das Turmzimmer allwöchentlich mit viel Wasser und wenig Liebe reinigte, erzählte, dass Jörg in seinem Testament aufgeschrieben habe, dass seine Pfeife einmal mit in seinen Sarg kommen müsse. Sonst stiege er mitsamt dem alten Turmgeist wieder aus dem Grabe. Wenn der aber den Schwedenschatz in all den Jahren noch nicht entdeckt habe, er würde seine Pfeife bald gefunden haben. Um all das, was man im Städtlein über das alte Stadttor und seiner einzigen Bewohner plauderte, kümmerte sich dieser nicht im Geringsten. Sommers saß an dem Fenster, das Wiese, Wald und Weiher umschloss, und kehrte der Stadt den Rücken. Winters aber rückte er seinen Lehnstuhl an den Ofen. Wenn dann die Glut in diesem zu Fingen begann, bis die ganze Stube in ein undurchdringliches Nebelmeer gehüllt war. Dies waren die Stunden der wachen Träume. Sie flogen zurück in längst vergangene Tage, da er noch jung war, und trugen ihn hinüber in das Land der unbekannten Zukunft. Da spannen seine Gedanken und halbwachen Sinne prächtige Luftschlösser, in denen seine kleine Annemarie als holde Königin herrschte und die samt und sonders aus Gold und Edelstein erbaut waren. Das Geld dazu? Ach, doch eine Kleinigkeit! Wozu war er der Hüter des unermesslich großen Schwedenschatzes? Der musste gehoben werden, und der Anteil des ehrlichen Finders reichte wohl aus, seine Baupläne in die Wirklichkeit zu setzen. Konnte man doch von dem Schatze die ganze Stadt kaufen. Und warum sollte es nicht gelingen? War er nicht ein Sonntagskind und hatte bis zur Stunde auf das große Glück gewartet? Verstand er nicht die Sprache der Tiere und allerlei Zeichen zu deuten? Warte nur, kleine Annemarie, dein junges Leben und das Geheimnis des alten Stadttores klingen wunderlich zusammen in den Träumen deines alten Großvaters. Zweites Kapitel Die Eule Ludmilla und die Verschwörung Zwei Jahre waren so über dem Städtlein dahingegangen, seit der alte Jörg von dem Turmzimmer Besitz ergriffen hatte. Ein Sommertag ging wieder einmal schlafen. Im grauen Gewand flog die Dämmerung über die Stadt. Jörgs Zimmer war bereits dunkel. Er saß in seinem Lehnstuhl, und die Pfeife lag in der Rinne des rechten Mundwinkels an ihrem gewohnten Platz. Über dem Gesicht ruhte eine schwere Wetterwolke, die Furchen schienen tiefer zu sein, als ob sie der Sturm aufgewühlt hätte. Seine Gedanken waren drüben im kleinen Häuslein, und er sah voll Grauen einen umherschleichen und auf lebliche Beute lauern. Langsam stieg hinter dem Walde der Mond auf. Da wurde es auf der Turmzinne lebendig. In einem Winkel stand der schmucklose Rest eines seit langem unbenützten Taubenschlages. Aus diesem schlüpfte eben lautlos und geisterhaft eine seltsame Erscheinung. Auf hohen Beinen stand die schlanke Gestalt, umhüllt von einem weiten, bauschigen Kleide, und spähte mit scharfen Augen über den Rand des Gemäuers in die Nacht. Es war Ludmilla, die Eule. Der Schleier, den sie herzförmig übers Gesicht gezogen hatte, warf bald da, bald dort Falten, so dass man nicht wusste, ob sie lachen oder weinen wollte. Sie erwartete eben den Besuch Tills des Kauzes, den sie zu einer geheimen Besprechung eingeladen hatte. Da ertönte schon sein Gruß. »Klumit!« Till setzte sich neben die Eule und begann mit lebhaftem Ton die Unterhaltung. »Nun, verehrte Freundin, wie haben Sie den Tag verbracht? Mit Denken, Träumen und Schlafen? Ist der Plan der Turmverschwörung schon fix und fertig? Welche Rolle habt ihr in eurer Weisheit im Meer zugedacht?« Die Fragen hatten sich wie tolle Purzelbäume überstürzt. Ludmilla blies ihren Schleier auf, um besser zu hören, aber sie sah dadurch etwas hochmütig aus. »Nur nicht zu viel Fragen auf einmal, lieber Freund«, mahnte sie. »Der Weise wartet auf Antwort, bevor er ein neues Rätsel erforschen will. Also eins nach dem anderen. Den Tag verbrachte ich mit Denken und Träumen, was sollte ich auch anders tun? Meine Augen ertragen nun einmal das helle Licht nicht, ein Erbübel unserer Familie. Dadurch lernen wir aber mehr als andere Tiergeschlechter das Nachbleben der Menschen kennen. Was bei ihnen das Tageslicht scheut, wird uns offenbar. »Ja, ja«, lachte Till, »dadurch ist ja eure Familie in das famose Turmgeheimnis eingeweiht worden.« »So ist es«, antwortete Ludmilla, »und meine Ahnfrau hat es weitergegeben, von Geschlecht zu Geschlecht bis«, »bis wann, verehrte?«, warf der Kauz ein, der seine Neugier nicht verbergen konnte. »Bis wir eben das Sonntagskind finden, dem der Schatz gehören soll«, sagte ernst und beinahe feierlich die Eule. »Und der Glückliche ist ja nun gefunden.« »So ist es«, sprach Ludmilla, »wir sind endlich im Klaren. Nach allem, was ich selbst erkundet und von den übrigen Turmbewohnern erfahren habe, kann nur der alte Jörg das Erbe bekommen. Er ist ein echtes Sonntagskind und versteht unsere Sprache.« »Herrlich, wunderbar«, schrie ganz begeistert der Kauz. »Ruhig, ruhig, lieber Till«, sagte Ludmilla, »noch ist es Sommer, und wir müssen den jungen Lenz abwarten. Dann erst, wenn alle Knospen aufbrechen, darf das Geheimnis sich enthüllen. Bis dahin gibt es noch Arbeit, die Fülle.« »Und was für einen Anteil habt ihr mir zugedacht?«, fragte ungeduldig der Kauz. »Das sollt ihr später erfahren, wenn Frau Isidora, die Kreuzspinne, den ganzen Plan bis in die feinsten Fäden ausgesponnen hat. Ein Kunstwerk will seine Zeit haben, aber ihr sollt schon vorher eine Rolle erhalten.« »Vorerst schweigen«, mahnte bedeutungsvoll die Eule, »und euren Ruf vor dem Häuslein drüben unterlassen. Dort liegt das Enkelkind unseres Freundes todkrank. Ihr versteht mich doch?« »Nicht ganz«, antwortete der Kauz. »Holte mir eben drüben eine kleine Vespa. Kaum fängt es zu dämmern an, brennt dort schon die Lampe, und ihr wisst. Ja, ja, lieber Freund, das Licht lockt allerlei leichtsinnig Folgern, Mücken und Schnaken und Käfern an. Da tanzt dann das Gesindel in dem hellen Ballsaal, als gäbe es auf der Welt nichts als Lust und Narretei.« »Nun, dem Tanz war schnell ein Ende gemacht«, lachte der Kauz lustig auf. »Wie ein Polizist fahre ich zwischen das Gesindel und packe es am Kragen. Kurze Hand, nennen die gescheiten Mensch dies Verfahren.« Schmerzvoll verzog Ludmilla ihr Gesicht. »Mitten aus Lust und Freude in den Tod, just wie bei den Menschen. Auch beim Sonnenkinde drüben im Häuslein muss ich's fürchten. Der Tod schleicht um die Mauern und möchte sich das Blümlein holen.« »Darf er nicht«, schrie zornig der Kauz, »dann wäre der ganze Turmschatz beim Kuckuck. Just um das Dörnleins willen freut mich die ganze Geschichte, und der alte Jörg hält die Erbschaft für ein Plunder, wenn er sie nicht den paar Menschen hinterlassen kann, die er mehr liebt als sein Leben.« »Ganz recht, lieber Freund, das blonde Kind darf nicht sterben. Unsere Turmverschwörung wäre sonst nutzlos. Darum müsst ihr vor dem Häuslein schweigen. Die Menschen sind allzu schwach. Hört euch die Mutter rufen, so meint sie, der schwarze Tod hätte dem Kinde die Botschaft gebracht, ihm zu folgen. »Dann hat sie keine Kraft mehr, mit ihm um das blonde Ding zu kämpfen.« »Weiß, weiß«, flüsterte der Kauz in traurigem Tone, »und dann ist der Tod der Stärkere. Verstehe aber wirklich die dummen Menschen manchmal gar nicht. Sie sind so abergläubisch, dass sich unsereinem die Federn sträuben können.« In meiner Freude über den guten Fang habe ich dem leichtsinnigen Käfervolk zugerufen, »Krui mit, krui mit«, dachte wirklich nichts Schlimmes, würde mich ja schämen, mein Knecht des Schwarzen zu sein. Liegt meiner lustigen Weltanschauung auch nicht. Drum schlug die Frau plötzlich den Laden zu. »Ach, mir geht ein Licht auf, das meinen Augen und meinem Herzen wehtut. Räume unter den Feinden der Menschen auf, und zum Dank nennen sie mich Totenvogel. Ach, ach!« »Daran ist nichts zu ändern«, warf tröstend die Eule ein. »Wenn alle Menschen so klug wären wie unser alter Turmherr, und wenn sie unsere Sprache verstünden, würde es wohl anders sein. Alles Unglück in der Welt kommt davon her, dass man sich nicht versteht. »Darüber habe ich schon oft und oft den ganzen Tag nachgedacht.« »Darum geltet ihr auch als die Königin der Weisheit«, schmeichelte Till. »Wären die Menschen nur halb so klug wie ihr, dann hätten sie schon längst den Turmschatz gefunden.« »Nun«, sprach Ludmilla, »freien wir uns, dass wir mitarbeiten dürfen, den würdigsten damit zu belohnen.« Till knurrte plötzlich der Magen. »Und auf diese Freude wollen wir nun gleich fröhlich anstoßen. Gemeinsam mit euch zu speisen und dabei Näheres über eure Pläne zu hören, wird mir ein Vergnügen sein.« Die Eule war einverstanden. »In der Nähe ist eine feine Herberge, lieber Freund, allerbester Spitzmausbraten zu jeder Tageszeit frisch zu haben. Mein Leibgericht!« Till schüttelte sich in komischem Grausen. »Danke vielmals, gnädigste. Neidlos Ihnen überlassen. Nicht nach meinem Geschmack. Ich liebe das einfache Hausmannskost. Schon meine Mutter hatte wieder Willen gegen Spitzmausbraten, während sie Hausmäuse in jeder Zubereitung lebte.« »Ja, ja«, stimmte Ludmilla gedankenvoll zu, »die Vererbung zeigt sich auch bei unseren Mägen. Der Enkel frisst, was seine Arne fraß.« »Eine feine Weisheit«, sprach Till bewundernd, »eure Kinder können sich glücklich preisen, eine solche Mutter zu besitzen. Wie geht es übrigens den herzigen Kleinen, stecken wohl warm und weich in ihren Federn?« »Danke«, sagte gerührt Ludmilla, »es war heuer ein reicher Kindersegen. Ihr kennt doch unseren Familienspruch, »gutes Mäusejahr, viele Eulenkinder.« Man hat sein Nachkommen gegenüber doch auch Pflichten. Wenn ich an den Kuckuck denke, empört sich mein Eulenherz. Hat man ein reiches Einkommen wie dieses Jahr, so kann man ein paar Bruten verantworten. Sie sind alle wohlgeraten, und einem schmeckt die Kost besser als dem anderen. »Man hat seine Freude an den Kindern.« »Klug, weise, wie selten eine Frau, und ein mütterlich Herz«, lobte der Kauz. »Schmeichler«, rief Frau Ludmilla abwehrend, indem sie an ihrem Schleier zog, dass es wie ein Lachen über ihre Züge ging. »Wir wollen nun zu unserem Nachtmahl fliegen. Mit leerem Magen ist schlecht beraten.« Lautlos flogen die beiden Gestalten in die dunkle Nacht. Drittes Kapitel Aurelia und Zervas bei einer fröhlichen Jagd Es war am anderen Morgen. Der alte Jörg ging in seinen Keller, um dort etwas Ordnung zu schaffen. Er musste seiner finsteren Gedanken, die immer um das Häusland drüben zogen, Herr werden. Aber nicht lange hielt er es aus. Leise vor sich hinsprechend stieg er die Treppe wieder empor und schritt über die Gasse hinüber. Sollte sein Liebling wirklich dem Tode verfallen sein? Im Hausgang trat ihm die Enkeltochter entgegen. »Das Fieber will nicht weg, und wenn es nach dem Doktor geht, wird es nicht mehr lange dauern. Und der Totenvogel hat auch gestern gerufen. Das hat mir einen Stich ins Herz gegeben.« Ein fast grimmiges Lächeln flog über das faltige Gesicht Jörgs. »Unsinn! Weibergeschwätz!« brummte er. Da er aber beides für unheilbar hielt, schwieg er und warf nur einen kurzen Blick auf das Bettlein an der gegenüberliegenden Wand. Da sah er ein rotglühendes Kinderköpfchen, das sich voller Unruhe auf dem Kissen hin und her warf. »Kann schon noch werden,« tröstete er die Mutter und sich selbst, »kämpft mit dem Schwarzen. Jungblut wird mit allem fertig, auch mit dem Tod. Gib dem Kind nur fleißig sein kühles Tränklein und lass am Abend, wenn's gewittert hat, viel frische Luft ins Zimmer.« Dann ging er mit traurigen Augen in sein einsames Turmzimmer zurück. Sein Besuch im Keller hatte dort große Aufregung hervorgerufen, die sich entlud, als die Dämmerung auf leisen Sohlen in den Raum schlich. Unter einem Stein, der losgelöst in eine Ecke des Kellers lag, trat Aurelie hervor, die Kröte. Ganz aufgedunsen von ihrem Nachmittagsschlaf blinzelte sie nun mit ihren großen Augen vergnügt in ihre Welt hinein. Hübsch war die Erscheinung Aurelias nicht. Dazu war ihre Gestalt so plump und ihr Kleid so unscheinbar. Die Warzen trugen auch nicht zu ihrer Verschönerung bei. Aber sie wusste als kluge Frau, dass es nicht aufs Gewand, sondern auf den Verstand ankomme, und von diesem besaß sie nach ihrer Ansicht mehr als genug. Aurelia wollte mit ihrem Vetter Servas im Nachbargärtlein sprechen. So machte sie den gleichen Weg, den heute der alte Jagd wiederholt zurückgelegt hatte. Auf dem Gartenweg kam ihr Servas entgegen. Das Zusammentreffen war aber durchaus nicht freundschaftlich, sondern echt krötenhaft. In beider Seelen kroch hässlicher grüner Futterneid empor. Als sie sich ganz nahe waren, setzten sie sich aufrecht und schauten sich scharf an, wie zwei Gegner, die vor dem Zweikampf ihre Kräfte messen wollen. Der Zorn blies beide so auf, dass sie giftgeschwollenen Kugeln glichen, die nur auf einen Stoß warteten, um ins Rollen zu kommen. Und nun wurde der Streit ausgetragen. Sie schlugen aber nicht aufeinander los, das wäre gegen allen Krötenbrauch gewesen, und Frau Aurelia, wie ihr Vetter Servas, hielten fest zu den Sitten ihrer Väter. Sie schleckten ihren grimmigen Zorn am Körper des Gegners kräftig ab, und damit war jeglicher Zwist wie ausgelöscht. Friedlich gingen sie zu gemeinsamer Mahlzeit. Der warme Sommerregen hatte ja überreicht die tollpatschigen Würmer aus der nassen Erde gelockt, so dass die beiden in ihrer Esslust sich keinerlei Zwang anzutun brauchten. Das war ein fröhlich Kämpfen und Siegen, die Zungen schossen hervor wie frisch geschliffene Schwerter. Trafen sie ihr Opfer? So half kein Zappeln und Wehren. Wie angeleimt am Zungenschwert war's unrettbar dem dunklen Schlund verfallen. Heute war aber Aurelia trotz der reichen Magenstärkung in großer Erregung. Musste sie doch Nachricht über das Befinden der kleinen Annemarie erhalten. Seit der alte Jörg im Keller war und sie seine sorgenvollen Worte vernommen hatte, konnte sie ihren Kummerschien nicht mehr bewältigen. So fragte sie dann unvermittelt, »Was macht unser krankes Kind?« Servaz schritt ein Stück näher und blieb dann wieder stehen. So war es seine Gewohnheit, der auch in den ernstesten Augenblicken treu blieb. »Danke der Nachfrage. Hoffe, dass das kleine Herzlein standhält. Wir sind zwar immer noch in großer Sorge, trotzdem lasse ich die Hoffnung nicht sinken.« Dabei traten seine Augen weit heraus, da er seine Tränen mannhaft zu unterdrücken suchte. Frau Aurelia sprach teilnehmend, »Wenn man dem lieben Kind nur helfen könnte. Die Menschen werden von Geschlecht zu Geschlecht immer dümmer und hochmütiger. Als meine alte Mume noch lebte, nahm sie noch Zuflucht zu uns und fanden Heilung in tausend Krankheiten.« »Nicht möglich«, suchte Servaz, zweifelnd einzuwerfen. »Nicht möglich, hört, nicht möglich«, zischte Aurelia in zornig gekränktem Tone. »Warum nicht möglich, mein junger, unerfahrener Herr? Wir Kröten trugen sogar unsere Haut zu Magde, um ein krankes Menschenherz wieder gesund zu machen. Es ist so, Vetter, aus unserer Haut bereitete man kostbare Salben, dafür schimpfen sie uns nun zum Dank, giftige Kröten.« »Doch nicht alle«, entschuldigte Servaz die angegriffenen Menschen. »Eure Mume muss eine kluge Frau gewesen sein?« »Ach ja«, sprach in wehmütiger Erinnerung Frau Aurelia, »sie fand ein allzu frühes Ende.« Bei einem nächtlichen Ausgang zog sie sich eine heftige Erkältung zu. Ein langes Siegtum stand ihr bevor, da erlöste sie Herr Stelzbein mit einem kurzen, schmerzlosen Griff von ihrer Krankheit. Unsere Familientrauer war groß und tief.« Servaz hatte die Eigentümlichkeit, immer Hunger zu verspüren, wenn er gerührt wurde. So legte sich ihm auch der teilnehmende Schmerz um Aurelias Mum auf den Magen. Er dachte an die niedlichen Kellerschnecken im Tor drüben und fragte Aurelia, ob ihr das Geleite auf dem Heimweg geben dürfe. Sie habe ihm ohnehin noch nicht das große Loch gezeigt, in dem man vor langer Zeit den geheimnisvollen Schatz vermutet, aber vergebens gesucht hatte. Langsam humpelten die beiden durch den Garten, über die Gasse und die Treppe hinab zum Keller. Die Augen des Vaters suchten den Boden ab. Da sah er ein paar kleine, graue Schifflein, die bedächtig und geräuschlos vorwärts schwammen. Wie im Wasser fuhren die Flöße dahin. »Seht nur«, flüsterte Aurelia, »ich könnte die jungen Damen um ihre leichten, zierlichen Bewegungen beneiden. Und wie sie sich zu helfen wissen, damit ihr zarter Körper den Boden nicht zu berühren braucht, spritzen sie einfach das nötige Schwimmwasser selbst aus und fahren dann darüber wie ein Schifflein im Teich. »Wunderbar, in der Tat, ein merkwürdig Erbstück ihrer Ahnen«, entgegnete ebenso leise Servas. »Und doch schützt es sie nicht vor uns, die wir neben ihnen schwerfällige Spießbürger sind. Der Körper allein tut es eben nicht, Hauptsache ist immer und überall der Geist.« Damit schnappte Aurelia die eine Kellerschnecke, während sie die andere großmütig dem Vetter überließ. Da und dort glänzte es wie schimmernd Eis auf dem Boden und an den Wänden. Frau Aurelia machte Servas auf die silbernen Wände aufmerksam. »Seht ihr das glänzende Eis? Das ist zurückgebliebenes Schwimmwasser, das unbenutzt sofort trocknet und fest wird. Auf diesen Spuren verfolgen wir unser Wild.« Das Krötenpaar leistete ihnen dieser Nacht sein Möglichstes. Sie kletterten um die Wette empor, und wenn die Spitzen der Zehen den schweren Körper an der Kellerwand nicht mehr zu halten vermochten, so drückten sie sich fest an und leimten sich mit der steilen Wand zusammen. Aurelia kannte jeden Spalt in dem Gemäuer und hatte schon manch einen Stein gelockert, der ihr verdächtig schien. Mit Rat und Tat war sie dem Schatzgräber beigestanden. Servas schien der gleiche Gedanke zu bewegen, denn er fragte plötzlich, »Wie steht es denn mit dem Turmschatz? Sucht der Alte noch, oder hat der Alte jetzt keinen Sinn dafür, seit das Kind todkrank ist?« Aurelia machte ein gar wichtiges Gesicht und drehte ihre Augen heraus. »Die Geschichte wird wohl bald zum Klappen kommen. Wir helfen alle zusammen, wie ein Mann«, sagte sie leise, in geheimnisvollem Tone. »Dass übrigens der Schatz nicht bei uns im Keller ist, weiß Jörg. Alle Verstecke und Schlupfwinkel habe ich ihm gezeigt. Der Schatz muss an meinem anderen Ort vergraben sein.« »Aber wo, wo?« fragte Laurence Herr Vars. »Auf der Spur sind wir«, antwortete triumphierend Aurelia. »Wir vermuten, dass er oben im Speicherraum, dicht unter der Turmsinne liegt. »Alle Zeichen sprechen dafür, und Hans Jakob, der Trotzkopf...« »Der Klopfkäfer?«, warf Servas, fragend dazwischen. »Ja, derselbe. Also, Hans Jakob behauptet fest und steif, der Schatz müsse zwischen einer Doppelwand des alten Kastens sein, der im Speicher steht und in dem der Jörg seine Kleider aufhebt.« »Woher will denn das der Trotzkopf wissen?«, fragte zweifelnd Servas. »Na, das ist doch sehr einfach. Belehrte Aurelia, sein Geschlecht haust doch schon seit alten Zeiten dort, so dass er jeden Winkel seiner Burg kennt. Ich glaube, er weiß mehr, als er uns schon gesagt hat. Jedenfalls arbeitet er tüchtig an der Entdeckung des geheimnisvollen Schatzes, darüber sind wir uns alle klar.« »Merkwürdig ist eine solche Geschichte seltsam. Wunderbar, ganz aufgeregt bin ich.« »Dann nehmt rasch euer Sitzbad im Teich«, sagte etwas spöttisch Aurelia. Damit schlüpfte sie in ihr Schlafzimmer. Servas aber stolperte die Treppe hinauf, zum Tor hinaus, und erquickte sich noch im kühlen Wasser. Im Nachbarhause lag das blonde Kind. Die roten Rosen auf den Wangen hatten sich unter der weichen Hand des erfrischenden Abendwindes, der durchs offene Fenster strömte, in weiße gewandelt. Viertes Kapitel Die Kreuzspinne Isidora spinnt den Plan Im alten Turm war es kühl, trotz der sommerlichen Schwüle draußen. Das dicke Mauerwerk, an dem die alte Zeit nie gespart hatte, wehrte dem Einfall der Hitze. Zudem tat heute die Hollerfrau ihr Übriges bei ihrem großen Reinigungswerk. Die ganze Turmtreppe schwamm im Wasser. Jörg war in den Keller geflüchtet, bis die Luft in seiner Stube wieder rein war. Sein erster Blick galt der Ecke dicht beim Fenster. Richtig, das Spinnennetz war zerstört, wie immer. »Dummes Weib«, brummte der Alte, »nicht das geringste Kunstverständnis. Mein armes Tierlein muss wieder die Arbeit von vorne beginnen.« Er rückte sich aufseufzend den Stuhl ans offene Fenster, legte die Bibel auf den inneren Sims und war bald ins Buch »Jesus Sirach« vertieft. Die fliegenden Kreise, die aus seiner Pfeife zum Fenster hinaustanzten, wurden mählich schwächer und langsamer. Ein friedliches Schnarchen war das einzige Geräusch, das sich in der Stille hören ließ. Da flog durchs offene Fenster Max Brummer aus dem Geschlecht der Schmeißer. In großer Erregung kam er geradewegs aus der Küche des Krankenhauses. Nur sein rascher Entschlussreiß auszunehmen, hatte ihn vor einem frühen Tode bewahrt. Und wie gerne wäre er doch da noch drüben geblieben. Das Spülmädchen hatte gerade von dem Schwedenschatz im alten Turm erzählt, und die Köchin meinte, der Jörg werde ihn schon heben, denn er verstünde sich doch gar gut mit den höllischen Geistern, und es zum Beweise berichtete sie die schauerlichsten Geschichten, dass sich sogar Max die Haare sträubten. Dabei saß er auf einem prächtigen Stück Fleisch, wie auf einem weichen Sofa, und freute sich des heimlichen Gruselns. Und da musste ihn das Flackauge der Köchin erspähen. »Na, warte, alter Jörg, dir will ich heute deine Schattgräberträume verschalten!« Damit setzte sich Max keck auf Jörgs Nase. Auf diesem roten Grunde hob sich der glänzend blaue Rock der Schmeißfliege leuchtend ab. Max war nicht nur unbarmherzig, sondern auch ein Quecksilbergeist. Von der Nase des Alten auf die Stirn, von dieser auf die Wange, und so rundherum machte er seine Spaziergänge auf dem furchigen Boden über Tal und Höhen. Dabei sang er dem Alten sein höhnes Lied ins Ohr. »Der Schatz war für die Katz, die Katze freust den Schatz. Willst ihn wirklich haben, so musst du ewig graben, drum grab, grab immer zu, der Schmeißer lässt dir keine Ruhe.« Jörg wurde unruhig und schlug nach dem unwillkommenen Besucher. Max aber ließ sich nicht stören. Heute ertrug sie es mit staunenswerter Ruhe. Mochte es sein. In der Fensterecke war ohnehin nicht mehr ihres Bleibens. So saß Isidora vor ihrem Versteck und überlegte ihre Übersiedlung in die andere Zimmerecke. Im hintersten Winkel der Stube wollte sie ihr Zelt aufschlagen, wie sie es mit Hans Jakob, dem Trotzkopf, vereinbart hatte. Dicht unter seiner Burg im Speicher war sie dann und konnte sich mit ihrem Verbündeten leicht verständigen. Sie kroch an der Wand entlang und fand bald einen wohnlichen Raum. Und nun hieß es rasch an die Arbeit gehen, denn der freche Schmeißer musste bestraft werden. Wollte sich der unterstehen, ihre Pläne zu stören? Aus weit über tausend Röhrchen spritzte sie die feinsten Strahlen ihres Webstoffes und schmolz sie zu starken Fäden zusammen. »Zuerst die Grundlage«, sprach die Künstlerin und stellte aus besonders kräftigen Seilen einen Rahmen her. »Der Schatz ist sicher im Turm, das pfeifen die Spatzen auf dem Dach und die Mäuse im Keller.« Neugierig flog Max näher und begann Keck die Unterhaltung. »Gewiss ist der Schatz im Turm, Verehrteste«, sagte er wichtig und spreizte seine Flügel. Isidora war empört über den dreisten Schwätzer und Nichtstuer. Aber sie meisterte in echter Künstlerschaft nicht nur den Webstuhl, sondern auch den Zorn und sprach mit geringschätzigem Tone, »Behaltet eure unerfahrene Weisheit für euch und lasst mir vor allem den Alten in Ruhe. Es möchte euch sonst geräunen.« Ganz giftig kamen die letzten Worte hervor, während sie unermüdlich Webstoff aus ihren Röhren spritzte. Mehr und mehr füllte sich der Rahmen mit Lauf- und Fangfäden. Auf den Esteren lief Isidora hin und her und arbeitete emsig an dem Gewebe. Mit ihren zarten Fußspitzen, die wie kleine Kämme gezähnt waren, tanzte sie gleich einer Seiltänzerin auf den trockenen Laufwegen ihres Netzes entlang. Niemals tat sie einen Fehltritt, und die glatten Kämmchen verletzten nicht im Geringsten das feine Gewebe. Dass der Schatz nicht im Keller ist und nicht im Zimmer des Alten, haben die Kundschaft erforscht. Die alten Netze sind zerrissen, die neuen Fäden laufen bald zum Ziele. Weil sie dem kecken Brummer nicht traute, hatte Isidora diese Worte im leisen Selbstgespräch mehr gedacht als gesprochen. In der Stube waren nur zwei Geräusche zu vernehmen, das Schnarchen des alten Jörg und der Gesang des Brummers. Frau Isidora arbeitete mit Denken und Spinnen ohne Rast und Ruhe weiter, nur ab und zu ein lauernder Blick auf Max werfend. Jetzt trug sie ein besonderen Säckchen Leim herbei. Max nahm an, die Spinne wollte nicht gestört werden, und weil es ihm zu langweilig wurde, wollte er eben zum Fenster hinausfliegen, um draußen ein lustiges Abenteuer zu erleben. Da rief ihm Isidora mit ganz veränderter Stimme zu, »Wohin, junger Herr? Bleiben Sie doch noch ein Weilchen. Nach der Arbeit unterhalte ich mich recht gern mit einem Meister im leichten Plauderton. Nur kurze Zeit, dann mache ich Feierabend.« Max fühlte sich geschmeichelt, setzte sich auf die Lehne des Stuhles und schaute Frau Isidora neugierig zu. Die ließ nun tausend winzig kleine Leimtröpfchen aus den Säcken ihres Vorrates auf die Fangfäden fallen. Als sie das Letzte aufgesetzt hatte, sagte sie laut, »Die Sache stimmt. Punkt um.« Befriedigt nahm sie in der Mitte ihres Hauses Platz. Es war gut, dass Max die Gedanken seiner Nachbarin nicht lesen konnte. Und der Ahnungslose schaute auf die Künstlerin und rief, »Herrlich, prächtig in der Tat, weiß nicht, was ich mehr bewundern soll. Euren Palast, den ihr so rasch gebaut habt, oder die entschickende Zeichnung eures Gewandes. Solch leuchtend Kreuz sei ich noch bald keiner eurer Art. Freilich waren es nur ganz junge Damen eurer Familie, die ich kennenlernte, und ich habe mir sagen lassen, das Goldene Kreuz sei eine Altersauszeichnung, so eine Art Geheimrat oder Ehrenpräsident bei eurem Geschlecht.« In Frau Isidoras Spinnenseele fing das Gift zu kochen an. Aber sie ließ es nicht überschäumen und sprach sanft und doch bedeutungsvoll, »Ihr habt völlig recht, Herr Max Bummer, aus dem hochedlen Geschlecht der Schmeißer. Die Fräulein aus meiner Sippe müssen wirklich noch sehr jung gewesen sein, sonst wäre ich um das Vergnügen eurer Bekanntschaft gekommen, und das würde ich von Herzen bedauern.« Max rieb, vergnügt seine Flügel, so entzückt war er über das Entgegenkommen der Spinne. »Bedauern wäre ganz auf meiner Seite, gnädigste, hatte immer Verlang, mit euch zusammenzutreffen, obwohl meine Familie mich davor wagte. Gebe nichts auf solche Ratschläge alter Basen und ängstlicher Tanten. Manns genug, mich zu schützen. Unbesorgt, lieber Freund, folgt stets nur eurem eigenen Geist, dann seid ihr am besten beraten.« Max kannte in dieser lebenswürdigen Feinfrau gar nicht mehr die garstige Spinne. »Dies sollte eine Erbfeindin seines Geschlechtes sein? Unmöglich!« Damit flog er auf den Schrank, um Isidora näher zu sein. Er wollte seine weltmännische Gewandtheit zeigen und plauderte unbekümmert darauf los. »Sehrte Frau, unsere beiden Familien sollten in Freundschaft sich verbinden, um im Kampf gegen die Bosheit der Menschen doppelt stark zu sein. Er bekam erst heute wieder mehr als eine Probe davon. »Och, erzählt mir doch, lieber Max, euch hört man mit Wonne zu.« Der Schweißer flog wieder ein Stück näher an das Haus der Spinne und er sprach, »Kam heute in ein Zimmer. Natürlich Appetit vorhanden, noch nicht gefrühstückt. Schaue mich nach allen Seiten um, wo man für mich gedeckt hat. Endlich entdecke ich ein Brett an der Wand, darauf stand ein Glas Wein und daneben lag ein prächtiges Stück Torte. Wunderbar, denke ich, und setze mich an die Tafel. Für Süßigkeiten bin ich nun mal besonders empfänglich. Also zuerst Angriff auf die Torte. Pfui, Teufel, entschuldigen Sie, verehrte, diese ungebildeten Ausdrücke, aber ich sage in der Tat so. Wisst ihr, was ich das des Zuckers in meinem hungrigen Rüssel hatte? »Farbe, abscheuliche, stinkende Farbe. Habt ihr solchen Schwindel schon erlebt?« »Gefisch«, antwortete Isidore in leisem Spott, »wer heißt euch, euren Rüsten in ein Kunstwerk hineinzustecken? Euer Tischlein deckt sich für ein Gemälde, und mit solchen soll sich eben nur der befassen, der Verständnis für Kunst hat. In meiner Familie ist es ja erblich, von eurer habe ich dir gleich noch nicht gehört. Doch er zählt nur weiter.« Max trat wieder einen Schritt näher. Er befand sich nun ganz dicht vor dem Palast Isidoras. »Dann, ja, erlebte ich einen anderen Schrecken. War mir der Erste in den Magen gefahren, so galt es diesmal meinem Kopf. Ein Mensch nahm ein merkwürdiges Ding von der Wand und schlug nach mir. Mir zittern doch jetzt die Flügel am Leibe. Es war wie ein Fallbeil und hätte mir den Schädel zerschlagen, wenn ich mich nicht durch einen geschickten Seitensprung gerettet hätte.« »Das war eine Fliegenpatsche«, warf in erklärendem Tone die Spinne ein. »Von euren Abenteuern müsst ihr ja ganz angegriffen sein. Ruht euch doch im Schatten meines Hauses ein wenig aus. Trötet näher, lieber Herr Max.« Lieber Herr Max hatte noch niemand so süß gesagt. Der Schmeißer verlor schier die Besinnung. Frau Isidora spielte nun den letzten Trumpf aus. »Ihr spracht vorhin auch von dem Turmgeheimnis. Ich möchte euch gerne in unsere Pläne einweihen, auch wenn ihr nicht zu unserem Geheimbunde gehört und, wenn auch Hans Jakob der Trotzkopf gewarnt hat, sie euresgleichen mitzuteilen.« »Oho«, rief Max beleidigt, »der dumme Trotzkopf. Erzählt mir alles. Verschwiegen wie das Grab. Aufliegen, Ehre!« Damit betrat Max den Vorplatz des Spinnenhauses. Das Haustelefon gerät sofort in Bewegung und meldete Isidora den Eintritt des Brummers. »Ei, ei, Herr Max Brummer, warum seid ihr nicht lieber zum Tanz geflogen?« rief Isidora voll grimmen Hohnes. Max starrte entsetzt auf die so plötzlich wieder veränderte Spinne. Wie ein Schlag mit der Fliegenpatsche traf ihn die Erkenntnis. »Reiß aus! Also in aller Eile!« Schon wollte er der giftigen alten Dame den Rücken drehen und ihr zum Abschied noch eine Grobheit an den Kopf schleudern. Aber, oh weh, was war das? Seine Füße waren wie festgebunden. Er konnte nicht vor, nicht rückwärts. »Flieg, Brummer, flieg!« lachte spöttisch die Spinne von der Mitte ihres Hauses aus und schaute regungslos auf ihren Gefangenen. Dieser suchte zu entkommen und zappelte aus Leibeskräften, was das Zeug hielt. Aber immer mehr fühlte er sich gefesselt, und eine heillose Angst überkam ihn. Er drehte und wälzte sich. Umsonst! Die Maschen des Netzes schlangen sich um seinen Leib. Frau Isidora sprach nun in strengem Tone. »Du hast dich immer in unser Turmgeheimnis eingedrängt, um es dann außen keck und leichtsinnig zu verraten. Du hast unseren Herrn, die wir zu denen uns verschworen haben, Leid und Unruhe gebracht. Auf beide Verbrechen steht die Todesstrafe. Noch eine Gnade darfst du dir erbitten, aber mach schnell, mein Haus muss wieder in Ordnung kommen.« Max glaubte, er sei schon vor Schrecken gestorben. So hatte ihn die Angst gelähmt. Er konnte nicht mehr denken, sonst würde er sich als letzte Gunst eine süße Henkersmahlzeit erbeten haben. Weil ihm aber nichts einfiel, so sagte er aufs Geradewohl, »offenbart mir, wo der Turmschatz vergraben liegt.« Die Spinner sah ihn lange an. Dann sprach sie, »Neugierde ist also bei eurem Geschlecht noch stärker als die Naschsucht. Sei es, du nimmst unser Geheimnis ja mit in den Tod. Drum höre! Hinter der Burg der Trotzköpfe ist der Schatz unversehrt geborgen, und im Frühjahr, wenn Schwalbe und Storch zurückkommen, wird er gehoben. Und nun Schluss!« Mit einem Sprunge stürzte Isidora auf den Brummer, ein giftiger Biss, und Max war tot. Dann stopfte sie mit zarten Fäden das Loch im Netze zu und kämmte dieses von allen Unebenheiten rein. Müde kroch sie in ihr neues Versteck und hörte noch wie im Traum ein leises Klopfen von oben. Hans Jakob ist fleißig, bis früher wird es werden, ach, dann mag Anne-Marie lachen. Fünftes Kapitel Der unwillkommene Besucher im Turmkeller Vor dem alten Stadttor wurde bei strömendem Regen Holz abgeladen, und der Jörg beeilte sich, seinen Herbst- und Wintervorrat in den Keller zu bringen. Dort schichtete er sorgsam die Scheite auf. Trotz der schweren Arbeit, die mit seinem Stelzfuße doppelt sauer fiel, schauten seine Augen lustig in die Welt, und besonders, wenn er ins Gärtlein über die Gasse hinüberschaute, leuchteten sie ordentlich auf. Dort sprang und hüpfte das blonde Kind in neu geschenkter Gesundheit wie ein tolles Füllen umher. Am Abend gab es im Keller eine große Begrüßung. Mit dem nassen Holz war ein neuer Mieter eingezogen, und der musste auf Herz und Nieren geprüft werden, ob er in das Geheimnis des Stadttores eingeweiht werden könnte. Unnütze und Schwätzer musste man rücksichtslos ausweisen. Der neue Mieter trat vor und sagte in etwas unbeholfenem Tone, »Guten Tag, meine Freunde, ich heiße Alex, und bitte um ihr freundliches Wohlwollen.« Die Kröte Aurelia nahm den Ankömmling aufs Korn. Sie vertrat im Keller die Interessen des Geheimbundes, wie sie von Hans Jakob, dem Trotzkopf, und Isidora, der Kreuzspinne, vereinbart waren. Alex, der neue Mieter, stammte aus der Familie der Feuersalamander und schleppte seinen dicken, fetten Körper mit schwerfälligen Bewegungen vorwärts, bald nach rechts, bald nach links, sein Kompliment schwenkend. Was ihm aber an Zierlichkeit des Ganges fehlte, ersetzte reichlich sein farbenprächtiges Kleid. In tiefstem Schwarz glänzte sein Samtanzug, der mit leuchtend gelber Seide ausgeputzt war. Er brauchte zu seiner Empfehlung eigentlich nichts zu sagen, sein Gewand schrie schon laut genug, »Schaut mich an, bewundert mich!« »Aber auch, hütet euch und kommt mir nicht zu nah.« Aurelia begrüßte den Salamander, der sich sofort ihr zuwendete. Da begegnete ihm schon ein peinliches Missgeschick. Auf dem Boden lag ein Scheitholz, das dem alten Jörg entfallen sein mochte. Mit den kurzen, plumpen Stummelfüßen stolperte Alex über das Hindernis und fiel auf den Rücken. Aurelia hatte ein feines Verständnis für körperliche Unbeholfenheit und kam ihm rasch zur Hilfe. In aller Ruhe und Gelassenheit richtete er sich auf und stand bald wieder auf eigenen Beinen. Die Vorstellung mit Aurelia wollte trotzdem nicht beendet werden, denn beide Augen wurden wie von einem Magneten abgelenkt. Eine Schnecke kroch langsam auf den Boden dahin. Mochte Aurelia in ihrer Höflichkeit dem neuen Mieter den Vorrang lassen, oder war sie ausnahmsweise so satt, dass sie schmerzlos die Großmütige spielen konnte, er versäumte die besondere Begrüßung Frau Aurelias und schlich mit beschleunigter Geschwindigkeit der Schnecke nach. Als er sie erreicht hatte, betrachtete er sie einen Augenblick mit ernster Nachdenklichkeit, bis er sie mit plötzlichem Entschluss packte und mit einem einzigen Schluck in seinen Magen beförderte. Jetzt war Aurelia an seiner Seite. Gestatten, gnädige Frau, dass ich mich auf kurze Zeit vergaß, wie ist ihr werter Name? Aurelia, erwiderte kurz und etwas herablassend die Kröte. Sie war, ganz abgesehen von dem Turmgeheimnis, wenig erbaut von der neuen Partei, wenn sie daran dachte, dass diese ihre Vorliebe für Schneckenragu und Würmerbraten teile. Doch geradeaus unhöflich wollte sie auch nicht sein. So fragte sie in Ermangelung eines anderen Gesprächsstoffes nach dem Wetter. Der Salamander ging mit einer gewissen Teilnahme darauf ein. Schlecht, schlecht für die Menschen, gut, sehr gut für mich und meinesgleichen, wäre sonst nicht bei ihnen hereingeschneit. Die trockene Luft ist kein Reisewetter, geht mir auf die Nerven, bin dann matt und krank. Meine Natur schreit nach Feuchtigkeit, wie Sie sehen, ist auch mein Anzug neu lackiert. Wenn es aber an Wasser, frisch von oben fehlt, sieht's schlecht mit meinem Farbenzauber aus. Frau Aurelia wollte einiges über seine Familienverhältnisse erfahren. Da kamen die Antworten etwas langsamer, als ob er sich immer erst besinnen müsste. Und bei diesem Nachdenken machte Alex ein solch blödes Gesicht, dass Aurelia ihr Urteil über den Salamander in den beruhigenden Worten zusammenfasste, »Dummer Kerl, der wird von unserer Verschwörung nichts erfahren.« Alex erzählte, nichts ahnend von den Gedanken der Kröte, dass seine Wiege im nahen Teich gestanden habe. Dort wäre er mit seinen Geschwistern fröhlich umhergesprungen. Wenn ich an meine schöne Jugend denke, komme ich mir jetzt wie ein alter, schwerfälliger Steinklopfer vor, obwohl ich erst im nächsten Frühling auf die Brautschau gehen will. Das Landleben trocknet aus, macht unbeholfen und lappig. Im Wasser ist das einzig Richtige. »Ja«, meinte Aurelia, »dort wird man bewegt und getragen und gehoben. Bei uns auf dem Lande muss man sich selbst vorwärts bringen. Das ist freilich unbequem für«, sie wollte hinzusetzen, »für faule Kerle.« Aber sie mochte Alex nicht kränken, und darum schwieg sie lieber. Der Salamander hatte gar nicht bemerkt, dass der Schluss des Satzes fehlte, und fuhr fort, »ich wollte, ich wäre im Wasser geblieben, weiß der Kuckuck, welche Dummheit mich herausgelockt hat. Man muss sich auf dem Lande sauer um sein Fortkommen plagen. Nur, wenn's vom Himmel schüttet, was das Zeug hält, ist zerträglich.« Mit den nassen Holzscheiten waren außer Alex noch ein paar Ankömmlinge zugereist. Zwei Regenwürmer spazierten plötzlich, harmlos und friedlich, die Kellerstraße entlang. Aurelia nahm den fettesten aufs Korn, und Alex rief dazu, »bitte, diesmal habe ich die vorhand.« Der eine Regenwurm war bereits verschwunden. Alex beeilte sich dem anderen, der rasch die Flucht ergriff, nachzusetzen. Um Haaresbreite hätte ihn verfehlt. Zur Hälfte war der Flüchtling in seinem Versteck verschwunden. Aber Alex hatte keine Lust, den Braten fahren zu lassen. Schnell packte er das Schwanzende des Wurmes und zog ihn ruckweise wieder hervor. Auch seinem Dasein war rasch ein Ende gemacht. Nachdem Aurelia und Alex friedlich und schiedlich ihre Magenstärkung erledigt hatten, setzten sie ihre Unterhaltung fort. Vom Wasser sprach Alex am liebsten. Er erzählte, wie er nun lange genug sein Leben in der Zurückgezogenheit verbracht habe, in dunklen Erdlöchern fern vom frischen Wasser, das einmal sein Element sei. Frau Aurelia sagte, »Unser Eins ist mit seinem Schicksal zufrieden und verlangt nicht die Sterne vom Himmel. Womit habt ihr euch denn immer durchgebracht?« Ach, schlecht genug, besonders im Vergleich zu meiner Jugendzeit. Lange konnte ich die zarten, saftigen Krebschen nicht vergessen, die ich damals in Hülle und Fülle verzehren durfte. »Also ein Schlaraffenleben«, warf die Kröte etwas giftig ein. Alex wusste aber gar nicht, was Schlaraffen sind, und machte deshalb ein dummes Gesicht. Dann besonne er sich einige Zeit und erzählte weiter. »Die letzten Jahre, seit ich ungeschickterweise meine Wohnung aufs Land verlegt hatte, ging es mir herzlich schlecht. Die allerkleinsten Würmchen und Schnecklein und, fast schäme ich mich, es einzugestehen, sogar mit Blattläusen und derlei Gesindel musste ich mich durchbringen. Eine Bettelkost, ein Schandleben.« »Nun«, meinte Aurelia in lauerndem und doch freundschaftlichem Tone, »hier wird es euch nicht besser gehen. Bei uns ist Schmalhands Küchenmeister, und wenn ihr an die Gründung eines Hausstandes denkt, so rate ich euch zur Ansiedlung draußen, beim Teich. Dort seid ihr eurer Heimat auch näher.« »Ich will es mir jedenfalls überlegen«, stimmte der Salamander bei. »Nicht lange der Sinn, lieber Freund«, drängte die Kröte, »wer einmal sein Glück verpasst, findet es nicht mehr. Den Augenblick muss man nützen. Ich schlage euch einen gemeinsamen Ausflug an den Teich vor. Das prächtigste Ausgewetter ist es ja für unser Eins. Den Laubfrosch Pankratz muss ich ohnehin um eine Prophezeiung bitten, in einer Sache, die mein Herz sehr bewegt. Da heißt es aber, sie sputen, sonst hat er sich schon die Zipfelhaube aufgesetzt und schläft.« Bald waren die beiden die Kellertreppe unter verschiedenen Atempausen emporgeklettert, und nach einiger Zeit standen sie vor dem Teiche. Bei ihrer Ankunft sahen Kröte und Salamander frisch und wohlgenährt aus. Sie hatten allzu oft am Wege Zehrung genommen. Trotz des Regens war die Luft mild. Der Teich lag still, und nur die Regentropfen tanzten auf seinem Spiegel, bis auch sie des Spieles satt wurden und verschwanden. Und nun schienen sogar die Seerosen zu schlafen, so unbeweglich ruten sie über dem Wasser. Auf einer der größten saß Harald, der Wasserfrosch, und glotzte mit seinen goldeingefassten Augen die zwei Besucher neugierig an. Als Aurelia erkannte, war mit einem Satz am Ufer und begrüßte sie in stürmischer Weise. »Ach, wirklich reizend von dir, liebste Frau Base, dass du einmal deine Dunkelkammer verlassen hast und uns Grüne besuchst. Dein Herz zieht dich natürlich mehr zu den Braunen. Nimm mich nicht übel, stehen dir ja einen Grad in der Verwandtschaft näher.« Die Kröte gab darauf keine Antwort. Sie dachte sich, »Immer der alte Schwätzer«, und stellte die beiden einander vor. »Harald, mein Vetter, Herr Alex Salamander, ein Gast in unserem Torkeller, den Sehnsucht nach seinem Heimatland, das heißt Heimatwasser, hierher geführt hat.« Harald nahm sofort die Unterhaltung auf seine Kosten und machte schier den armen Alex mundtot. Bei all seiner Gesprächigkeit vergaß aber der Wasserfrosch nicht, auf alles zu achten, was neben und über ihm vorbeiflog, huschte, flatterte und schwebte. Mitten im lebhaftesten Plaudern machte er die kecksten, waghalsigsten Sprünge wie ein Trapezkünstler. Dabei schleuderte er seine Zunge wohl um das Fünffache ihrer gewöhnlichen Länge, wie ein Geschoss nach der Beute. Eine wunderschöne Libelle wurde verschlungen, und Alex sah voll Bewunderung auf den kühnen Jäger. »Schade, wirklich schade, Herr Alex«, sagte Harald, sich den Mund wischend, »dass eure Jahre euch nicht mehr den Aufenthalt bei uns gestatten. Ihr wäret mit eurem prachtvollen Wams eine Zierde unseres Palastes. Euer Goldschwarz neben dem feinen Grün könnte sich sehen lassen. Kommt doch etwas näher, damit ihr den Nachwuchs eures Geschlechts begrüßt. Aber erst vorhin mit einigen Backfischlein aus eurer Familie gescherzt, es sind allerliebste bewegliche Geschöpfe, auch Schmuck in der Kleidung. »Werdet nicht lange warten müssen, sie kommen ab und zu herauf auf den Spiegel. Naja, man kennt ja die liebe Eitelkeit. Tut zwar, als ob sie nur Luft schöpfen wollte, aber wie bald wird man auch bei ihnen heißen, fort aus dem Heimatland, hinein ins feindliche Leben.« Der Salamander starrte traurig ins Wasser. Da stiegen auf einmal zwei zierliche Laflein empor und kamen dicht ans Ufer, wo Alex saß. Auf der Unterseite ihres Gewandes und an den Seiten trugen sie goldene Plättchen, und mit ihren langen Schleppen bewegten sie sich schämisch hin und her. Alex wurde es ganz heiß in seinem armen Salamanderherzen, und er rief leise, »Mümchen, Bäslein, Lärflein, seid gegrüßt von einem eurer Familie, der lange fern war der geliebten Heimat.« »Kommt zu uns herein«, rief Fini, »das eine Wasserfräulein, erzähl uns von der Fremde.« »Aber schnell, schnell«, sprach Tini, ihre Schwester. Und nun sperrten sie beide ihre Mäulchen auf, als könnten sie gar nicht genug von dem neuen Vetter hören. Der aber blieb stumm, weil er zu tollpatschig war, außer seiner Liebe etwas anderes kundzutun. So schnappten die zierlichen Lärflein tüchtig Luft und warteten der Dinge. Dann schrien sie aus einem Munde, »Ein dich, schick dich!« Alex blieb aber stumm. Da drehten sie ihm schnippisch den Rücken zu und verschwanden in der Tiefe, während ihre Schleppen zierliche Ringe im Teich bildeten. Als der Salamander enttäuscht über diesen unfreundlichen Abschied vor sich hin starrte, merkte er, dass der flinke Harald mit ein paar kräftigen Stößen durchs Wasser ruderte. Am anderen Ufer saß auf der Wurzel eines Baumes, der seine Zweige im Teiche badete, einer von der Braunsippe. Es war Blasius, der Grasfrosch. Sein Anzug trug mehr als einen Schmutzflecken, und auch der Platz, auf dem er sich niedergelassen, war nicht allzu sauber. Doch störte ihn dies nicht. Im Gegenteil, er fühlte sich so am wohlsten. Ein bequemer Bursche, er gab nichts aufs Äußere und nannte sein Fetter Harald spöttisch »Herr Baron«. Als diese aber nun mit raschen Stößen angeschwommen kam, wurde ihm doch unheimlich zumute. Eine leise Ahnung sagte ihm, dass Harald nichts Gutes im Schilde führe, denn trotz der Verwandtschaft bestand zwischen ihnen Feindschaft. Wenn Harald, der Grüne, herübersprang, so war er, der Braune, verloren. Was tun? Er vermochte ein wenig zu klettern, vielleicht konnte er sich dadurch retten. Aber während er noch überlegte, war Harald schon über ihm, und der Todesschrei des armen Blasius gelte weit über den Teich hin. Unterdessen hatte die Kröte Aurelia ihre verschiedenen Bekannten bei der Sippe der Grünen und der Braunen begrüßt. In den Pausen der Unterhaltung dachte sie über Alex, den Salamander, nach und kam zu dem Entschluss, ihn auf keinen Fall mehr mit in den Torkeller zurückkehren zu lassen. Er war ja viel zu tappig und ungeschickt als Bundesgenosse, nicht einmal zu Botengängen war, zu gebrauchen. Einen unnützen Mitwisser und Mitesser schüttelte man am besten so rasch als möglich ab. Da klatschte es im Wasser, und mit einem anmutigen Sprung bewegte sich Pankratz, der Laubfrosch, aus dem Teich aufs Land. In seinem lichtgrünen-gelbgestreiften Ausgierock sah er wirklich nett aus, und man merkte ihm auch an, dass sie sich auf sein schmuckes Gewand nicht wenig einbildete. Frau Aurelia rief Pankratz zu sich und hatte eine längere Aussprache mit ihm. Sie wollte von ihm, dem anerkannten Propheten, erfahren, wann es denn an der Zeit wäre, das Turmgeheimnis zu enthüllen. Wie weit die Mäuse und Ratten in ihrem Forschungseifer schon gekommen wären, was Hans Jakob und sein Geschlecht schon gearbeitet hätten, und was vor allem Isidora, die Kreuzspinne, und Ludmilla, die weiße Eule, meinten. Aurelia gab bereitwillig Auskunft. Zuletzt sprang Pankratz in die Höhe, als müsste er sich durch einen Luftsprung die prophetische Eingebung erleichtern, und er rief feierlich, »Eins, zwei, drei, im wunderschönen Mai wird sich das Rätsel lösen im wunderschönen Mai, eins, zwei, drei.« Beim letzten Wort machte Pankratz wieder einen Luftsprung. Als er herab zur Erde kam, fiel er mitten in eine allgemeine Erregung. Durch die Gesellschaft ringelte sich ein Regenwurm, der harmlos noch ein wenig spazieren gehen wollte. Alex wollte ihn packen, aber er hatte sich verrechnet, wenn er auf den fetten Bissen gezählt. Denn zugleich spürte Fräulein Lini eine Base Aurelias lebhaftes Verlangen nach dem fetten Braten. Fräulein Lini stammte aus der Familie der Unken. Sie fasste mit festem Griff das aus Alexes Munde noch heraushängende Ende der Beute und suchte sie, ihm zu entreißen. Ihr Gegner aber gab nicht nach. So zerrten sie sich hin und her. Lange blieb der Zweikampf, dem die anderen mit Teilnahme zusahen, unentschieden. Lini aus dem Unkengeschlecht war die Gewandere und arbeitete zudem mit frauenhafter List. Sie schlug Purzelbaum um Purzelbaum, ohne aber den Bissen dabei fahren zu lassen. Dem armen Salamander verging hören und sehen. Ganz unglücklich war er über sein teppisches, unritterliches Benehmen, noch dazu angesichts des außerlesenen Kreises der Zuschauer. Aber es half alles nichts. Er musste den Wurm freigeben, und Fräulein Unke schmatzte ihn zum Spott recht hörbar herunter und wischte sich dann zierlich ab. Alex war in seinem weichen Salamanderherzen tief betrübt. Da sah es auf einmal im Grase schwarz und gelb leuchten. Diese Farben seines Hauses ließen seinen Puls höher schlagen. Er fühlte sich nicht mehr allein und verlassen in dieser erbärmlichen Welt, denn ein ganzes Dutzend seiner Sippe kamen dahergezogen und begrüßte verwandtschaftlich den einsamen Vetter. Sie forderten ihn auf, sich ihn beim Wandern ins Winterquartier anzuschließen. Er überlegte kurz. »Bei meinen Genossen wird es mir schier besser gefallen als in dem traurigen Keller des alten Stadttores, wo man mich doch nur als einen lästigen Störenfried betrachtet.« Der Anführer des Salamanderzuges gab den Ausschlag. Er sprach laut und entschieden, »warten wir noch lange, dann überfällt uns eines Nachts der eisige Tod. Der Kluge sorgt vor. Vertraut euch mir an, in unserem Bau ist Platz für hundert, ein prächtig warmes Loch. Aber rasch auf die Socken, das Ziel ist noch fern.« Alex hatte sich mit Sissi, einem niedlichen Salamanderfräulein, angefreundet und war nun fest entschlossen, sich mit der Wandergesellschaft zu vereinigen. Bald zogen sie dahin durch den nassen Wald. Das war ein Rauschen und Rauen in den feuchten Blättern, die bereits den Boden deckten. Zwischenhinein hielten sie Rast und benutzten diese zu einer kleinen Magenstärkung. Endlich erreichten sie das Ziel. Eine Höhle, die von Baumwurzeln und überhängenden Steinen wohlgeborgen war. Der Einzug machte sich sehr vergnüglich. Denn, obwohl der Führer wiederholt zur Ruhe und Ordnung mahnte, wollte jedes das Erste sein, um sich den besten Platz aussuchen zu können. So stießen und pufften sie einander, purzelten auch über- und untereinander, so dass die Gesellschaft wie ein wirrer Knäulaus sah, aus dem auf schwarzem Grunde gelbe Flecken auf- und niedertanzten. Mein Bein, mein Bein, mein Bein, wo ist mein Bein? schrie einer. Ich habe meinen Kopf verloren, ein anderer. Ein Dritter musste erst seinen Schwanz freimachen, und alle anderen lachten fröhlich zu diesem lustigen Einzug. Auch Alex fühlte sich trotz mancher Püffe außerordentlich glücklich. Nun durfte er doch mit seinem Volk den langweiligen Winter verträumen. Aurelia, die Kröte aber, gehte von ihrem Ausflug allein doch voll Gedanken in den Turmkeller zurück. Sie erwartete nun den Weberknecht mit einer Brutschaft von der Kreuzspinne Isidora. Der sollte dann die Prophezeiung des Laubfrosches Pankratz in die oberen Stockwerke des Stadttores bringen. Noch lange saß sie still und unbeweglich an ihrer Haustüre und sann über das Geheimnis und seine glückliche Lösung nach. Sechstes Kapitel Die Verschwörung im Keller Der Winter hat auf den Flügeln des Nordwindes eine weiße Decke über das Land gebreitet und im alten Stadtturm eine wunderliche Schlafhaube aufgestülpt. Viele ihrer Geschöpfe ließ die allgütige Mutter Natur die bittere Zeit der Kälte und der Not in langem Schlafe verträumen. Im Schutze des alten Tores aber regte sich viel warmes Leben. In seinem Turmzimmer dicht am glühenden Ofen saß der alte Jörg und schlitzte und klebte allerlei seltsame Geheimnisse fürs nahende Fest der Weihnachtsfreude. Auf seinem Schoß streckte sich Peter, der Kater. Als Freund der kleinen Annemarie besaß er auch unbeschränktes Hausrecht im alten Tor. Schnurrend drängte er seinen Kopf durch die Hände Jörgs und verfolgte mit lebhafter Teilnahme dessen Werk. »Schnurr nur zu, Peter, versteh dich schon. Du bist also einverstanden mit dem, was ich da für unser Kind zusammenbastle. Dass du mir aber nichts verrätst, hörst du, Alter?« Die letzten Worte waren etwas lauter gesprochen. Peter knurrte zornig. »Benn ich denn so dumm? Kennst mich schlecht. Kann ich auf die Maus vor ihrem Loch stundenlang warten, werd ich's doch auch bei eurem Weihnachtszauber können. Und, alter Jörg, bin ich nicht schlau und listig und selbst ein Freund der Heimlichkeit? Häh?« Das Einvernehmen der beiden war rasch wiederhergestellt. Jörg schnitt aus und formte sonderbare Gestalten aus Holz und Pappe, die hilflos auf dem Tische lagen, bis sie durch des alten kunstfertige Geschicklichkeit und einen riesigen Leimtopf Hand und Fuß bekamen. Peters Neugier steigerte sich mit dem Fortgang der Arbeit, so dass er sich auf die Tischplatte schwang und sich dort behaglich niederließ. Da hörte man auf der Wendeltreppe das Klappern von kleinen Schuhen. Dieser harmlose Lärm brachte die friedliche Gesellschaft in der Stube in eine ungeheure Aufregung. Mit einem Satz sprang Peter vom Tisch herab, während Jörg mit einem einzigen Handgriff die bunte Gesellschaft in das Dunkle verließ, der Schublade sperrte. Nur im Leimtopf brodelte die braune Flüssigkeit weiter und sang ein heimliches Lied vom Weihnachtsbaum. Annemarie holte ihren Peter. Der schmiegte sich zärtlich ans blühende Gesicht seiner kleinen Herrin, und nach kurzem Abschied von Jörg zogen sie beide ab. Auf der Wendeltreppe aber, beim ersten Absatz, hatte ein junges Geschöpf einige Augenblicke in furchtbarster Todesangst verlebt. Es war Phipps, der älteste Sohn der Mäusefamilie, die im alten Stadttur seit langem schon ihr gemütliches Heim aufgeschlagen hatte. Phipps wollte heute seine erste größere Rundreise vom Keller bis zur Turmzähne unternehmen. Die Begier, die Welt kennenzulernen, hatte ihn in dies erste Abenteuer gebracht, das seine nicht allzu kühne Heldenseele mit bangem Zittern erfüllte. War es feig, dass er sich rasch in den kleinen Mauerspalt zurückzog, als das blonde Menschenkind mit dem Erbfeind seiner Familie auf den Armen daherkam? Nein, gewiss nicht? Denn nicht umsonst hatte ihn seine Mutter die Vorsicht als die größte Mäusetugend schon in der Kinderstube gelehrt. Jetzt aber war der erste Schreck überwunden. Die Entdeckungsfahrt konnte fortgesetzt werden. Also zuerst ins unterste Stockwerk, in den Keller. Frau Langschwanz, seine Mutter, die in einem gutbürgerlichen Hause das Licht der Welt erblickt hatte, wusste nicht genug aus ihrer Jugendzeit, den Keller als die Vorratskammer aller möglichen Leckereien zu rühmen. So trippelte denn Fips vorsichtig die Treppe hinunter. Zwischen der Kellertür und dem Steinboden war ein breiter Spalt, eine bequeme Haustüre für Aurelia und für Fips also ein Kinderspiel, das ersehnte Paradies zu betreten. War es auf der Treppe noch ziemlich hell, so umfing ihn plötzlich im Keller eine solche Dunkelheit, dass das grau-schwarze Röcklein mit der Nacht im Raume in eins verschmolz. Scheu und ängstlich drückte sich Fips an die Wand und wagte vorerst nicht, weiter in das unbekannte Land einzudringen. Und das? Ja, war sein Glück. Denn urplötzlich tauchten zwei unheimliche Gestalten auf. Wie richtige Strauchdiebe und Wegelagerer mussten sie im Hinterhalt gelegen sein, und Fips sah ihre Einbrecherwerkzeuge durch die Nacht funkeln. Und doch kamen sie ihm schier bekannt vor. Sie ähnelten seiner eigenen Familie, nur größer, viel größer erschienen sie ihm. Vielleicht ein Urgroßvater und eine steinalte Mumme? Fips war zu unerfahren, aber seine angeborene Furcht gebot ihm das Klügste, was er tun konnte. Unbeweglich und schweigend, das Weitere zu erwarten. Er sollte bald Aufklärung erhalten. Die beiden unheimlichen Gestalten hießen Kasper und Nickel, zwei Wanderratten, die eben aus dem Kanal gekommen und durch ein Loch von der Straße aus in den Torkeller eingebrochen waren. Sie trugen ein bräunlich-graues, unten gelb-weißes Gewand. »Wie unser Bäschen Feldmaus sind sie gekleidet«, dachte Fips und spitzte seine Öhrlein, um das Gespräch der beiden zu erlauschen. Die Wanderratten schienen sich erst hier zusammengefunden zu haben. Der Größere von den beiden Gesellen, Kasper, drängte sich an Nickel und sagte, »Kamerad, eine Frage. Hat euch auch eine geheimnisvolle Botschaft hierher geführt? Seid ihr gleich mir zu einer Verschwörung gedungen?« »Hm, hm, hm«, lachte Nickel brushaft auf, »mit Speck fängt man die dummen Mäuse. Erst das Losungswort, dann können wir weiterreden.« »Alter Jörg«, flüsterte Kasper. »Der vergrabene Schatz«, antwortete Nickel, »es stimmt. Wir sind also zur gleichen Arbeit gerufen. Das Mäusevolk wird mit dem alten Kasten nicht fertig. Jaja, in früheren Zeiten hat man nicht an Stein und Holz gespart. Da braucht man unser eins, wenn ein zukünftiger Einbruch gemacht werden soll.« »Aber schnell und gründlich«, stimmte Kasper zu, »denn allzu lange mag ich in dem alten Tor nicht bleiben. Habe's dem Weberknecht, der mir übers Ohr lief und die Botschaft brachte, auch gesagt.« »Wir machen's von unten«, sagte Nickel, »Frau Isidora, die Kreuzspinne, hat's mich so wissen lassen.« »Fürs Innere sorgt Herr Jakob, der Trotzkopf, mit seiner ganzen Sippe. Bis zum Lenz will er mit dem Unterminieren fertig werden.« »Schade, dass ich den köstlichen Einfall nicht miterleben kann. Ein paar tüchtige Einfallstore von unten her will ich schaffen, dann fahr wohl, du alte Welt.« »Euch steckt die Wanderlust aber tüchtig im Geblüt«, antwortete Nickel, »die Luft hier ist dumpf und feucht, so behaglich wie nur möglich. Im Kanal war's natürlich noch schöner.« »Ach, das ist doch überall die gleiche, langweilige, alte Welt, ob Kanal oder Torkeller. Da lobe ich mir die neue Welt. Dort muss es eine Lust zu lieben für uns eins sein. Mit einem Schiffe kamen neulich Verwandte zu uns von drüben. Was wussten die zu erzählen? Kamerad, über dem großen Wasser liegt unser Paradies.« »Dann wollt ihr wohl auch die Seereise nach drüben machen?« fragte Nickel, den auch die Wanderlust packte. »Wir raten, Gefährte«, lachte Kaspar. »Der Mann ist noch jung und möchte auch Abenteuer erleben. Habt ihr Lust, mit mir über den großen Teich zu schwimmen?« »Wann soll die Fahrt losgehen?« fragte Nickel vorsichtig. »Sobald ich mein Gelübde erfüllt habe«, antwortete in geheimnisvollem Tone Kaspar, während seine Augen boshaft funkelten. »Ein Gelübde«, wiederholte neugierig Nickel, »ich verstehe euch nicht, Kamerad.« »Ihr könnt mit tun, Freund, ist Ehrensache unseres Geschlechtes. Also hört, es gilt, den Rest unserer Erbfeinde zu vernichten, die uns das bequeme Leben bei den Menschen streitig machen.« »Ach«, sagte Nickel verstehend, »ihr redet von unserer Verwandtschaft, von der Familie der Hausrotten?« »Ja, diese verfluchte Sippschaft«, antwortete in grausamem Tone Kaspar. »Diese heimtückischen Schwarzen müssen mit Stumpf und Stil, mit Haut und Haar ausgerottet werden, wenn wir selbst in die Höhe kommen wollen. Es wird ein Kampf ums Dasein, hart, bitter und schwer, aber notwendig. Der Starke muss Recht behalten.« »Die Keller haben sie uns doch schon geräumt«, warf Nickel der Gutmütigere ein. »Damit seid ihr wohl zufrieden, Kamerad?« Hünnte Kaspar, »sehr bescheiden. Aber ich begnüge mich nichts. Wir wollen das ganze Haus und werden die feige Bande so lange verfolgen, bis sie uns auch die obersten Stockwerke, ja, sogar den Speicher überlässt. »Wo wir sind, ist kein Raum für diese Schleicher.« »Aber mit ihrem schwarz-grauen Mantel können sie sich sehr gut verstecken«, meinte Nickel. »Kinderspaß«, lachte Kaspar, »die besten Waffen entscheiden, und die besitzen wir. Wenn nicht jetzt, so doch später gehört uns der Sieg. Unser Geschlecht sorgt gründlich dafür. In unseren Kinderstuben wimmelt es von Sprösslingen, die alle zu Verteidiger in unserer gerechten Sache heranwachsen.« »Und wie ist es bei den Hausratten?« wagte Nickel einzuwerfen. »Ja, da muss ich lachen, wenn ich daran denke«, sagte Kaspar. »An den Fingern kann dort die Mutter ihre Kinder zählen. Die Übermacht ist für alle Fälle bei unserem Geschlecht.« »Also gibt es noch große Schlachten, bevor wir uns in die neue Welt einschiffen. Mir auch recht«, sprach Nickel, der nun schon ganz auf die Gedanken seines Kameraden einzugehen schien. »Ein Mann, ein Wort«, rief fröhlich Kaspar, »das wird eine gute Übung für die neue Welt. Dort braucht man kühnen Geist und große Unternehmungslust, wenn man es zu etwas Tüchtigem bringen will.« »Zuerst müssen wir aber unseren Auftrag erledigen. Unsere Werkzeuge werden doch scharf genug sein«, meinte fragend Nickel. »Kunststück für unsere Eins«, sprach in höhnischem Tone der Andere, »das Meisevolk hat schon verschiedene Mal den Einbruch versucht, aber Pfuscharbeit natürlich. Wir werden es rasch haben. Und wenn der alte Kasten auf den Füßen zu wackeln beginnt, sind wir frei. Keine einzige Pfeile setze ich mehr an, als vereinbart ist. Der alte Trotzkopf, der Hans Jakob, hat noch Zeit bis zum Frühjahr. Bis dorthin wird die ganze Turmgesellschaft die Sache schon fertig bringen. »Sagt einmal, Kamerad«, fuhr Nickel dazwischen, dem es im Magen zu knurren anfing, »ist die Koster drüben über dem großen Wasser für unsere Eins auch bekömmlich? Wie alles dort, wunderbar, großartig«, antwortete Kaspar prahlerisch, als hätte er sämtliche Güter der neuen Welt zu verteilen. »Bambus pflanzen, deren Samen so köstlich schmecken, dass meinen Leuten das Wasser im Munde zusammenlief, als sie der Onkel aus Amerika schilderte. Da ziehen sie im großen Scharn hin und bleiben, bis der letzte Kern verzehrt ist. »Drüben wird's aber auch nicht anders sein als bei uns. Einmal reicht der Tisch, ein andermal leer. Was dann?« Fragte Nickel. »Kinderspaß!« »Ihr seid ein Angsthuber, Kamerad«, meinte Kaspar. »Dann fallen wir in einen Kaffeegarten ein und beißen alle Zweige bis auf den letzten ab. Hochfeine Mahlzeit, von der man dick und fett wird. Auch von Kokospalmen und ihren Nüssen hat ein junger Vetter erzählt. Mir ist nicht bange. Auswahl nach der Karte.« Diese Herrlichkeiten versetzten auch den etwas zurückhaltenden Nickel in einen förmlichen Rausch der Begeisterung. Am liebsten wäre er sofort mit seinem Kameraden zu Schiff gegangen. Sie traten ganz nahe zusammen und flüsterten sich geheime Verschwörerpläne ins Ohr. Dem armen, lauschenden Fips ward es schwarz vor Augen, so zitterte sein Mäuseherz. Auf einmal aber sah er sich allein. Die beiden unheimlichen Burschen waren spurlos verschwunden. Fips würde das Erlebte für einen wüsten Traum gehalten haben, wenn er nicht Wort für Wort des Gesprächs gewusst hätte. Ganz eingeschüchtert verließ er den Ort seines Abenteuers und huschte leise die Treppe hinauf. Er war noch so in dem entsetzlichen Erlebnis gefangen, dass er, ohne es zu merken, schon im obersten Bodenraum angekommen war. Da, ein neuer Schrecken! Was war das? In einer Ecke des Speichers an dem vorspringenden Ende eines Dachbalkens hing ein sonderbares Geschöpf, den Kopf nach unten. Ein graues Sandkleid, ganz und gar im Mauseschnitt gearbeitet, bedeckte den Körper, sodass Fips das kleine Ding für ein unbekanntes Bäslein ansah. Aber die sonderbare Haltung war ihm ein Rätsel. Wenn die graue Gestalt nicht ganz unbeweglich gewesen wäre, so würde sie Fips für einen Türner gehalten haben, der eben am Reck zu einem Kopfschwung ansetzen wollte. Ganz ratlos war Fips. Mit einigen raschen Sprüngen eilte er hinunter in sein Elternhaus. Mutter wusste sicher Rat. Oh, Fipslein, dein kleines Einmaleins geht wieder nicht. Kennst du nicht einmal die Fledermaus? Warum hängt sie so still und stumm? Ist sie tot? fragte mitleidsvoll der unerfahrene Fips. Nein, nein, mein Sohn, antwortete in mütterlich belehrendem Tone Frau Langschwanz. Die schläft und träumt, bis sie der Frühling aufweckt. Ich kenne sie, es ist der Mann da. Wenn der Lenz sie anbläst, dann wacht sie wie Prinzessin Donröschen auf und fliegt aus, um das leichtsinnige Käfervolk einzufangen. Fips war ganz ohr. Eine fliegende Maus! Durch die Luftmutter? Oh, wer das auch könnte! Sei bescheiden, Söhnlein, jedem das Seine. Eines schickt sich nicht für alle. Brauchst übrigens Diamanda, um ihren Flug nicht zu beneiden. Wenn sie ausgeschlafen hat, mache ich mit dir Besuch und stelle dich vor. Im Lenz gibt's ja das große Turmfest, wenn der Schatz gefunden und dem alten Jörg übergeben wird. Dann kannst du sehen, wie sie fliegt, ich sage dir, unbeholfen plump, schwerfällig von Zierlichkeit und Anmut, wie sie in deiner Gestalt liegt, keine Spur. Fips schien getröstet, strich sich bei den schmeichelnden Worten der Mutter sein Schnurrbart und pfiff ein lustiges Liedlein. In der Nacht aber träumte Fips von fliegenden Mäusen, von wilden Einbrechern und von einem köstlichen Schatz aus Gold und Edelsteinen, mit dem die blonde Annemarie unter dem Weihnachtsbaum spielte. Siebentes Kapitel Die Botschaft Isidoras ins Grillenhaus Der kurze Tag war zu Ende, ging's auch mählich auf den Frühling zu, draußen war noch Winternacht und Graus. Die Turmstube aber war warm und heimlich. Der Jörg schnitzte Späne und träumte dabei von alten Zeiten und von Menschen, die längst der grüne Hügel deckte. Frau Isidora saß in ihrem Haus und erwartete Besuch. Die Fäden mussten sich nun bald zum glücklichen Ende zusammenschließen. Das Werk der Turmverschwörung stand vor der Vollendung. Hans Jakob hatte gemeldet, dass seine Stammburg in ihren Grundfesten erschüttert sei, seit Kasper und Nickel solch mächtige Einfallstor von unten her geschlagen hätten. Was noch zum völligen Zusammenbruch fehle, das werde er mit seiner Sippe bis zur Wiederkehr der Schwalbe und des Storches leisten. Nun musste der alte Jörg auf sein Glück vorbereitet werden. Er allein dürfte zur rechten Stunde auf dem rechten Platz stehen, wenn der Schatz zum Heben bereit war. Mit diesem Gedanken hatte sich Ludmilla, die Eule, in nachdenksam Stunden beschäftigt, und Isidora, die Kreuzspinne, spannendes letzte Gewebe. Der Plan war fertig. Wohnte nicht beim Jörg der Künstler Ambross Grille mit seinem wunderbaren Geigenspiel, dem der Turmherr so gerne lauschte? Konnte Ambross nicht in seinen Liedern singen und sagen von dem vergrabenen Schatz, von wann er gekommen und wann und wo er zu heben sei? Ja, so ging es. Die Melodie blieb dem Künstler überlassen, den Text zu seinen Liedern aber schickte ihm Isidora. Wo blieb denn der Kanker, der langbeinige Weberknecht, der Liebes- und Kampfbote des Stadttores? Endlich kam er mit großen Schritten ins Haus. Den Tag über war er müde in seiner Wohnung draußen am Turm in einem Steinspalt gesessen und hatte seine langen Beine für die nächtliche Arbeit gestärkt. Als er bei Isidora eintrat, stieß er in der Hast unversehens an die Kante des Fensters. »Au!« schrie er und zog ein Bein hoch. Isidora sah sofort, dass es gebrochen war. »Ach, schrecklich, Sepp!« sagte sie mitleidsvoll. »Die Schlankheit deiner Beine ist ein Fluch für dich. Sie sind dein Stolz, deine Schönheit, aber auch dein Verderben. Und doch hast du wieder Glück im Unglück, wie immer. Nur eins ist gebrochen und sieben sind noch heil. Also tröste dich!« Der junge Kanker war ein unbesorgter, leichtherziger Geselle, wie es Laufburschen sein müssen. Er nahm nichts auf die Dauer schwer, deshalb hatte er auch im Lernen fast gar keine Fortschritte gemacht. Zum Leidwesen seiner Tante Isidora verstand er von der Webekunst rein gar nichts, weshalb er auch den etwas verächtlichen Familiennamen Weberknecht führte. Er selbst trug ihn aber mit ebenso viel Stolz wie seine acht langen Beine. Eben hatte er mit einem Sprunge, um den ihn eine Katze beneiden konnte, zwei Käfer erhascht, die leichtsinnig einen Abendbummel vor dem Fenster machten. »Siehst du, Tante?« rief Sepp lachend. »Es geht auch mit siebeneinhalb Beinen. Nur gut, dass mein Magen nicht so zerbrechlich und dünn ist wie meine Beine.« »Hast recht, Kankerlein«, sagte Isidora, die ihrem Neffen zugetan war, »du hast eine prächtige Heilhaut. Im Nu wächst dir alles nach. Wie lang wird's dauern, dann springst du wieder auf allen Achten durch die Welt, du Bruder Leichtfuß.« Draußen flog ein Nachtfalter vorbei, zittrig und unbeholfen. Er mochte zu früh aus seinem Winterhäuslern entflohen sein. »Servus«, schrie der lustige Sepp, »komm ins Warme.« Und damit hatte er den Falter verschlungen. Nun aber wollte Frau Isidora den Kanker mit der Botschaft an Ambros Grille beauftragen. »Komm, Kankerlein«, sprach sie zärtlich, »du sollst im Dienste unseres Turmbundes handeln. Bekommt die blonde Annemarie bald ihr Grünlein aufs Haupt?« fragte Sepp und machte mit seinen siebeneinhalb Beinen einen lustigen Luftsprung. »Wenn Schwalbe und Storch uns wiederkehrt«, sprach ernst und feierlich Isidora, »und nun setze dich gefälligst einige Augenblicke und hör mir in Ruhe zu. Kannst du dir einige Verslein merken?« Sepp kratzte sich mit zwei Beinen hinter den Ohren. »Oh, schwer, schwer, Tante«, seufzte er, »war in der Schule beim Auswendiglernen immer auf der letzten Bank. Wenn es aber für das blonde Kind geht, will ich meinen Mann schon stillen, wenn es meinem Schädel noch so hart fällt. Hoffentlich reimen sich die Verse? Die Dichter, die nicht reimen, sind mir in der Seele zuwider seit meiner Schulzeit her.« »Ach, Seppel, du bist und bleibst ohne Kunstverständnis. Aber ich werde dir die Sache so leicht als möglich machen und die Verse, die Ludmilla die Eule verfasst hat, in deine Sprache umdichten, nach dem Rezept, reim dich oder ich friss dich. Setze dich nun still nieder und höre mir zu.« Der Kanker setzte sich gehorsam neben Isidora und bemühte sich, Auge und Ohr zu sein. Nur in seinen Beinen zuckte die Erregung. Isidora sprach in feierlichem Ton, »Ambros Grille muss sich von morgen an ganz und ungeteilt unserem Turmherrn widmen. Sein Weib Christenz mag die Kinder versorgen, sie werden es auch ohnewiegen Gesang aushalten. Der verwöhnt nur die ungebärdige Jugend. All sein Singen muss nach unserem Texte gehen. Das sagst du ihm im Auftrage unseres Geheimbundes.« Sepp schaute ernsthaft seine Tante an und fragte leise, »Und den Text, das sind die Verse, die ich merken muss?« »Ja«, antwortete Isidora, »und wenn du guten Willen hast, wirst du sie lernen können. Nun höre den ersten Sang. »Wenn's Schwäblein fliegt zum Nest unterm Tor, dann lausche und höre mit feinem Ohr. Sie kündet den Lenz und das Glück.« »Oh, nicht schwer, Tante, das reimt sich ja ganz fein.« Seppel sprach dem Vers tadellos nach. Isidora war befriedigt und fuhr fort. »Nun höre und merke das zweite Lied. Wenn der Storch baut auf der Zinne sein Haus, dann treibe im Kasten die Matten flink aus. Sie zeigen den Weg dir zum Schatze.« Kanka sprach nach und zu seiner eigenen Verwunderung blieb er nur einmal stecken. Isidora sagte, »Nur noch ein Verslein, Sepp. Das ist aber das Wichtigste. Da darfst du kein einzig Wort auslassen oder verdrehen. Also merk auf. Der Kasten hat eine doppelte Wand. Nur wer den Schatz im Versteck gefand, der hält in den Händen das Glück.« Sepp hatte wirklich einen bewundernswerten Eifer, und als er die Verse einige Male wiederholt hatte, wobei er mit seinen siebeneinhalb Beinen das Versmaß abklopfte, steckte der Text fest in seinem Kopf. »Aber nun will ich mich sputen«, rief er, weil er seinem Gedächtnis doch nicht allzu viel traute. »Ja«, sagte Isidora, »und halte dich auf dem Wege nicht mit leichtsinnigen Abenteuern auf. Denk an unseren Liebling, die blonde Annemarie.« »Ohne Sorge, Tante.« Mit kurzem Gruß war Sepp verschwunden. Isidora wollte sich nun ausruhen, denn das Umdichten und die Belehrung Kankers hatten sie angestrengt. Sie hielt die Fäden der Verschwörung in festen Händen und setzte ihren Stolz darein, dass die ganze Angelegenheit überall klappte. Da fuhr sie plötzlich zusammen. Was war das für ein Zerren und Zupfen an ihrem Netz? Schon stand sie auf der Wacht. »Halt, wer da?« Klang ihr Ruf durch den Spinnenpalast. Schüchtern und ängstlich nährte sich Damian ihr Gemahl, ein Plauderstündchen mit Isidora zu halten. Endlich wollte er auch einmal klaren Wein über den Turmbund haben. Dazu besaß er doch wohl als Ehemann das Recht. Leise klopfte er in einem der stärksten Glockenzüge an. Aber Isidora hatte keine Lust zur Zwiesprache und tat, als ob sie das Geläute gar nichts anginge. Jetzt wurde Damian zornig und riss umzart an den Fäden zum Telefon. Nun war aber die Geduld Isidoras zu Ende. Der Wüterich würde ihr wohl noch das ganze Haus einwerfen. Sie hatte ihn schon lange zum Fressen gern. Nun sollte es endlich einmal damit ernst werden. Rasend vor Zorn und Wut schüttelte sie ihr eigenes Haus, um den Störenfried zu vertreiben, und zeigte diesem zum Überfluss drohend ihr starkes Gebiss. Damian mochte wohl mit einem zärtlicheren Empfang gerechnet haben. Da er aber wusste, dass seine Frau stärker war als er und keine Lust verspürte, von ihr aufgefressen zu werden, so verließ er enttäuscht und bitter gekränkt die Wohnung. Und merkwürdig, wie in dieser unglücklichen Stimmung sich das Erbteil seiner Ahnen lebendig zeigte. Als Damian, der abgewiesene Spinnenmann im Dunkel verschwand, ruderte und koch er rückwärts wie ein echter gepanzerter Krebsritter. Isidore aber sah noch lange nach, obwohl Sepp seine Botschaft ins Grillenhaus richtig überbracht habe. Von oben klang leise das Klopfen Hans Jakobs, und unter dem heimlichen Tick-Tack schlief sie endlich ein und träumte einen schönen, sanften Spinnentraum. Achtes Kapitel Heimchen bei der Arbeit Der Lenz blinzelte aus den verschlafenen Augen das alte Stadttor an, so dass dieses nicht wusste, woran es sei. Sollte es den schmutzigen Schnee auf der Zähne noch liegen lassen, oder war es Zeit, sich festlich herauszuputzen? Der alte Jörg traute jedenfalls dem jungen Frühling nicht, denn in seiner Stube prasselte am Abend ein lustig Feuer im Ofen. Der Turmherr saß dicht an der Wärme, las und sann. Auf der Diele beim Ofen klaffte ein fingerbreiter Spalt. Dort war die Haustüre der Familie Ambrus Grille und Chris Zenz, geborene Heim. Eben fing Ambrus mit seinem Geigenspiel an. Er hatte seine Wiegenlieder schier alle verlernt, seit ihm vom Geheimbund der Text zu seinen Liedern vorgeschrieben war. Der Kanker Sepp hatte ihm wortgetreu die Botschaft Isidoras überbracht. Zudem wollte sich zwar sein Künstlerstolz gegen diese Bevormundung auflehnen, aber schließlich siegte die Überlegung, dass die Kunst immer nach Brot gehen müsse. Er aß nun einmal vom Tische des Turmherrn. So war es nicht mehr wie recht und billig, dass er zu seinen Diensten spielte und sang. Sein Lärflein war eben mein neues Gewand angemessen worden. Vor kurzem lagen sie noch in der Wiege, aber sie wuchsen außerordentlich rasch. Während sich Chris Zenz in zartlicher Sorge für ihre Brut nicht genug tun konnte, suchte Ambrus durch ein Schlummerlied, sie in den Schlaf zu singen. Er legte dabei seine Flügeldecken kreuzweise übereinander und rieb sie im Takt hin und her. Das Geigen und Flöten klang gar süß in den stillen Abend hinein. Wie ein zartes Kinderstimmchen tönte der Gesang durch das alte Mauerwerk. Ambrus hatte das Lied von der Wiederkehr der Schwalbe und des Storches gesungen, heute um so eindringlicher, je mehr er in seiner Kinderstube fühlte, dass die beiden Frühlingsboten nicht mehr ferne sein konnten. »Noch ein paar Mal müssen die Kinderlein das Gewand wechseln, bis sie dir und mir ähnlich sehen,« warf Chris Zenz mitten ins väterliche Konzert. Ihr mütterliches Herz zitterte vor heimlichem Stolz. »Nur keine Affen, liebe Chris Zenz,« bat Ambrus, »in ihrem jetzigen Zustand können die Läufelein mein Künstlerarzt nicht befriedigen. Ich werde wohl erst dann Freude an den Kindern haben, wenn sich die Familienzüge zeigen.« »Sei nicht grausam, Grille,« mahnte Chris Zenz, wenn sie unzufrieden mit ihrem Manne war, nannte sie ihn stets Grille. Er kannte diese Eigenart seiner Frau gar wohl, ging aber großzügig darüber weg und schwieg. Chris Zenz sagte nach einigen Augenblicken, »Du siehst zu viel aufs Äußere, auf den Schein. Ist ja wohl Künstlerbrauch. Die Kinder sind nur äußerlich ungelenk und unschön. In ihrem Innern schlägt ein warmes und weiches Heimchenherz. Und dann bedenke den Spruch, der bei den Menschen auch gilt, »garstige Wickelkinder, schöne Gassenkinder.« »Nun bitte ich dich aber, Senta, um des Himmels willen, rede mir nicht von Gassenkindern. Eine Künstlerfamilie darf keine Gassenkinder großziehen, auch nicht einmal schöne.« Wenn Herr Grille seine Frau Senta nannte, so wollte er immer einen Hinweis auf seine vornehme Abstammung geben. Denn während seine Wiege im städtischen Krankenhaus dicht bei der Heizröhre stand, wurde Chris Zenz in der warmen Backstube des Bäckerhauses geboren. Seit Ambrose einst einen Fieberkranken in einen traumlosen Schlaf gesungen hatte und deshalb von dem Oberarzt ein echter Künstler genannt wurde, konnte er seinen Stolz nicht mehr unterdrücken. Frau Chris Zenz kannte diese Schwäche ihres Mannes. Er trug sie mit Geduld und wies sie nur manchmal mit dem ernsten Anruf, »Grille«, in die Schranken. Heute schien er wieder von seinen Erinnerungen überwältigt zu werden. Frau Chris Zenz hatte im Anschluss an das Lied von der doppelten Wand über Hans Jakob erzählt und wie dieser so uneigennützig die eigene Stammburg zerstöre und sich und sein ganzes Geschlecht heimatlos mache, nur um dem Turmherrn zu dienen. »Ein wahrhaft ritterlicher Sinn«, meinte Chris Zenz voller Bewunderung. »Hast du denn bei mir jemals eine andere Lebensauffassung gefunden?«, fragte vorwurfsvoll Ambrose. »Hans Jakob kann auf seine Abstammung nicht stolzer sein, als ich auf die meine.« »Ich weiß, lieber Grille«, sagte Chris Zenz beruhigend, »dass du von einem kühnen Raubrittergeschlecht stammst.« »Aber Senta«, sprach erbittert Grille, »wer wird denn solch hässliche Worte von meinen Armen reden?« »Bitter«, »ja, stolze Tapfere, die auf prächtigen Rossen einheritten und Furcht und Angst unter den Menschen verbreiteten, wenn sie angestürmt kamen.« »Nicht umsonst«, nannte man sie »Hollschrecken«, »es lieben ja noch Nachkommen dieses kriegerischen Geschlechts als stark bewährte Herren, während unsere Seitenlinie sich dem stillen, friedlichen Leben im Hause zugewandt hat.« »Ach ja, lieber Ambrose, und ich glaube, wir haben das bessere Teil erwählt. Meine Großmutter hat mir von den großen Wanderheuschrecken erzählt, die in solchen Scharen dahinzogen, dass sie sogar die Sonne verfinsterten und die Menschen sie als eine schreckliche Plage betrachteten. »Ich kann nicht anders, lieber Grille, ich muss sie Raubritter nennen, und wenn es hundertmal unsere Ahnen sind.« »Aber, Senta, du urteilst wieder oberflächlich wie alle Frauen. Ich gehe auf den Grund. Frage dich doch selbst, was du tun würdest, wenn uns der gute Alte nicht den Tisch hier unten decken würde. Du wandertest fort und suchtest dir ein anderes Obdach. Ist's nicht so? »Genau das gleiche tun unsere Verwandten. Sie besitzen auch einen außerordentlich reichen Kindersägen. Na, viele Mäuler brauchen viel Futter. Sie sind Weideplätze abgegrast, müssen sie eben suchen und wandern. Ein gesunder Naturbetrieb, den du als sorgliche Hausfrau und zärtliche Mutter eigentlich mehr loben müsstest, als ich, der Künstler, dessen Sinn nach Höherem als Futterplätzen strebt.« Christenz ärgerte sich über ihren Mann, mußte ihm aber im Stillen Recht geben. »Nun, meinetwegen, aber ich kann eben keinen solchen Stolz auf diese Sippe aufbringen wie du, und ich bin froh, dass sie nicht in unserer Nähe leben und wir keine verwandtschaftlichen Beziehungen pflegen müssen.« »Lieber Christenz«, sagte Grille belehrend, »darin siehst du eben den echten gemeinsamen Familienzug. Grillen lieben Wärme. Weil aber unsere Verwandten sich den ritterlichen Sinn erhielten und für ein frisches, freies Lagerleben sind, so wählten sie sich ihren Wohnsitz dort, wo der Himmelsofen ihn tüchtig einheizt.« »Ach ja, lieber Ambrus«, sprach jetzt fast zärtlich Christenz, »die Wärme ist etwas Süßes, und der gute Alte liebt sie auch. Willst du ihm nicht ein Dankliedlein geigen?« »Meinetwegen«, antwortete Ambrus, »ich wollte ohnehin noch mal das Bundeslied spielen. Dann hänge ich eben noch einen Vers an.« »Tus, lieber Mann, deine Reime gefallen mir weit besser als das Lied der Isidora«, schmeichelte Christenz. »Der Text des Bundesliedes stammt eigentlich von Ludmilla der Eule. Sie ist ja Meisterin der Weisheit. Ein echter Dichter aber braucht schließlich nicht allzu viel Verstand, sondern die Hauptsache ist das Gefühl.« »Und daran zählt es dir nicht, liebster Ambrus. Ich weiß dies doch am besten. Also singe Dichte und Geige, dieweil ich nach dem Kleinen und nach dem Abendbrot schaue.« Herr Grille stimmte seine Geige und sang erneut den Vers der Frau Isidora. Das musste doch der Jörg verstehen, besonders den letzten Vers, auf den sich Grilles Dichterseele nicht wenig einbildete. Da trat Frau Christenz wieder ein. Die Kinder schliefen sanft. »Wo nur die Base bleibt?« fragte sie nach einer Weile. »Sie wollte uns doch einen Gegenbesuch machen. Ambrus meinte, sie werde vielleicht aufgehalten worden sein.« »Ein bisschen Abwechslung ist ja wohl zu gönnen«, sagte er. »Da sitzt sie drüben im Garten unter der Erde, wie ein echter Dunkelmann, nach dem man sie ja auch nennt.« »Jedes will eben nach seiner eigenen Weise selig werden«, antwortete Christenz, »das ist doch einer deiner Leibsprüche.« »Gewiss«, entgegnete Grille, »im Grunde kommt es aber bei allen auf das Gleiche heraus. Wo mir der Tisch gedeckt ist, da ist mein Vaterland. Ein schöner Spruch ist's ja gerade nicht, aber umso wahrer. Bei den Menschen klappt es und bei uns Tieren. Die Base könnte ja auch ein Leben unter Dach und Fach führen. Warum tut sie's nicht? Weil sie ein Leckermaul ist und nicht mit dem Vorlieb nimmt, womit wir uns begnügen.« »Du hast recht, Ambrus«, stimmte seine Frau zu, »sie verlangt ihm auch die Werktage einen Braten auf den Tisch. Engerlinge und Würmer frisch zubereitet kann man in unserer Küche nicht finden.« »Ja, ja, und zum Fleisch will sie noch feines, junges Gemüse haben, und darum beißt sie die tarten Würzelchen ab.« »Einen Räuber wirst du nun die gute Base wohl nennen?« fragte in neckendem Tone Ambrus. Christenz aber verstand den Scherz nicht. Sie fühlte sich an ihrer empfindlichsten Stelle im Mutterherzen getroffen. Ganz gereizt fuhr sie auf. »Warum sie aber das tut, verschweigst du, und doch heißt es auch hier, verstehen ist verzeihen.« »Weiß schon, weiß schon, liebe Christenz«, erwiderte beruhigend Ambrus, »rege dich nicht auf. Natürlich tut's die Base nicht, um den Menschen zu schaden und sie zu ärgern, sondern aus reinster Mutterliebe. Die Kinderlein brauchen in ihrer Wiege viel Wärme. Damit die Sonne mit ihren Strahlen in die Erde findet, müssen die Pflänzlein, die abwehrend ihre Arme steil zum Himmel treten, entfernt werden. Eine harte Kur aber unabänderlich. »Nun also«, sagte schmollen Christenz, »ja, Liebste, so ist es überall in der Welt. Die einen sterben, dass die anderen leben. Tod und Leben reichen sie stets die Hände. Beim Menschengeschlecht ist so, und bei den Tieren und Pflanzen. Und alle drei sind wir aufeinander angewiesen und leben und weben zusammen. Dreierlei Melodien, aber überall der gleiche Grundton.« Christenz bewunderte im Stillen ihren Mann, der so klug zu reden wusste. Aber zugestanden hätte sie es ihm nicht. Er sollte nicht noch stolzer werden. Der alte Jörg hatte alles gehört und halb träumend, halb wachend dem Heimchen am Herd gelauscht. Ein glücklich Lächeln flog über sein Gesicht, wie die Frühlingssonne über ein winterlich Schneefeld. Es lacht und weint zu gleicher Zeit. Da kam die blonde Annemarie gesprungen. »Rat, Großvater, was ich da hab!« Ein Blumenscherben hielt sie sorglich und deckte die Hand geheimnisvoll über die Öffnung. Jörg bekannte seine Unwissenheit. »Eine Maulwurfsgrille, die Mutter gefangen hat! Frisst uns alle Wurzeln ab, dass wir im Sommer keinen Salat bekommen! Ist sie nicht reizend? Schade, dass sie so dumm war und sich erwischen ließ!« Der Alte nahm den roten Topf und betrachtete die Maulwurfsgrille. Wie die kurzen Beinchen den schweren, walzigen Körper nur tragen konnten! »Und wie sie fest in der Erde graben kann!« rief bewundernd Annemarie. »Schau doch, diese breiten Schaufeln!« sagte Jörg. »Das sind die reinsten Grabscheite. Der kleine Erdarbeiter hat seine Werkzeuge gleich bei der Hand. »Was fangen wir nun mit dem Gefangenen an? Soll ich ihn töten?« »Nein, nein, Großvater!« wehrte Annemarie entschieden ab. »Nur im Garten darf sie nicht bleiben. Da habe ich sie zu dir gebracht. Dein Heimchen will vielleicht Unterhaltung. Lassen wir sie laufen, ja?« »Mal zu lange wird der Besuch nicht dauern,« lachte Jörg, »unsere Kost behagt der verwöhnten Dame nichts. Aber ein Anstandsbesuch kann sie ja wohl abstatten. Also...« Jörg setzte die Maulwurfsgrille auf den Boden. Ein leises Zirpen ließ sich hören, und der Gast war in der Haustüre der grillischen Wohnung verschwunden. Ein noch lange dauerndes Konzert sang den alten Jörg in den Schlaf. Neuntes Kapitel Hans Jakob zerstört seine Stammburg Der März war ins Land gekommen, schmeicheln strich lauer Föhn über den Winterschnee. Von dem Dache des alten Tores tropfte es schwer hernieder, als müsse er im Abschiedsweger bittere Tränen vergießen. Nur auf der Nordseite hielt der schmutzige, graue Gesell noch stand und ließ sich auch durch das lockende Werben des Südwindes nicht rühren, obwohl die alte Wetterfahne auf der Spitze des Tores mit längst verrosteter Stimme ihr eintönig Frühlingslied sang. »Kommst auch bald ran, kommst auch bald ran!« Durch eine Spalte drang es in den oberen Speicherraum des Tores, wo in einem Winkel das seltsame Geschöpf unbeweglich hing, das die Träume des Mäusejünglings Fipps belebt hatte. Auf einmal rührte sich das kleine Ding im Grauen samt Kleide. Hätte Fipps die bewunderte Unbekannte jetzt gesehen, so würde sein weiches Herz voll Mitleids gewesen sein. Denn das damals so dralle, fest anliegende Kleidchen hing nun in schlotternden Falten um einen abgemagerten Körper. Auch der dickste Fettmantel wird zuletzt aufgelöst. So war Amanda, die Fledermaus, durch den Gruß des Frühlingswindes und den Gesang der Wetterfahne aus ihrem Winterschlafe aufgescheucht worden. Sie strich sich die Ohrmuscheln zurück und gähnte herzhaft. Dabei blitzten ihre Zähne, so dass ihr Maul aussah wie ein weit offenes Waffenlager mit spitzen, blank geschliffenen Dolchen. Nun rieb sie sich auch die Augen, um dem jungen Lennstag besser ins Angesicht schauen zu können. Es war aber umsonst. Sie blieb kurzsichtig wie vor dem Winterschlafe. Mit ihrem feinen Sopranstimmchen antwortete sie der Wetterfahne ihrer alten Freundin, »Winterschlaf ist nun vorbei. Käfer kommt, fliegt schnell herbei. Winterspeck ist längst verzehrt. Frische Kost drum heiß verkehrt.« Nicht einmal der alte Jörg hätte den Vers vernommen, auch wenn er dicht neben der Sängerin gestanden wäre. Das Stimmlein war so wunderzart, dass es nur ihre eigene Familie hören konnte. Amanda sang, denn sie freute sich über den neuen Frühling. Plötzlich kam eine Antwort. Von der Einwand des Speichers her, dort, wo der alte Schrank mit Jörgs abgelegten Kleidern stand, tönte ein seltsames Klopfen. Es war, als ob eine kleine Uhr in dem wackeligen Kasten aufgezogen worden wäre und nun ihr heimlich Tick-Tack machte. Amanda heuchte auf, dann lächelte sie und rief, »Hans Jakob, seid ihr der Klopfgeiz, den ich höre?« Aus dem Schrank drang ein leises Lachen. »Hach, allheil, Amanda, auch schon Kopf oben? Wie habt ihr überwintert, liebe Freundin?« »Danke, Hans Jakob, es geht. Matt und Elend ein wenig, mein Fettvorrat ist fast zu Ende.« »Begreife,« kicherte der Klopfkäfer. »Nach dem langen Fasten kein Wunder. Nun dürft ihr euch täglich aufkochen, damit ihr bald zu Kräften kommt.« »Ach.« seufzte Amanda. »Wenn's nur nicht wieder Enttäuschungen gibt. »Dem jungen Spring ins Feld ist nun mal nicht zu trauen. Kommt ins Land mit Trarie und Trara. Man wacht auf und meint, der ekelhafte Winter sei auf und davon und der Tisch gedeckt. Ja, Prost, Mahlzeit!« Hans Jakob war aus seiner Wohnung in den vordersten Hausflur gegangen, um Amanda näher zu sein. »Tja, trau, schau, wem! Der kecke Bursche muss ein paar Mal Sturm laufen, bis er den alten Grießkram fortjagen kann. Und seins muss viel Vorsicht und Geduld haben.« »Ach, vorsichtig, ihr habt gut predigen. Wenn mir das Kleid um den Leib schlottert, nur ein kräftiger Schluck, ein einziger, dann schlafe ich meinetwegen noch einmal ein.« Hans Jakob fühlte warmes Mitleid mit seiner großen Freundin. Er richtete sich in seinem Flur auf, legte Fühler und Vorderbeine dicht an den Körper und schlug mit seinem dicken Kopf gegen die Decke. Dadurch beteuerte er Amanda seine herzliche Teilnahme. Schon sank die Dämmerung hernieder. Da flatterten zwei Nachtschmetterlinge durch den halbdunklen Raum. Eben waren sie aus ihrem Winterhäuschen geschlüpft und übten sich im Tanzen. »Hörlich! Wunderbar!« jubelte Flick, der eine. »Großartig entzückend!« antwortete Flock, der andere. »Hast du dir das Leben eigentlich so schön vorgestellt?« fragte Flick und machte die verwegensten Luftsprünge. »Nein, niemals, nicht einmal im Traum!« sprach Flock. »Und diese Freiheit, diese tolle, goldene Freiheit!« »Ja, das ist mal etwas anderes als die enge, dumpfe Puppenwege, in der man sich nicht rühren und regen konnte. »Hast du eigentlich viel geträumt?« »Es tut sich«, antwortete Flock, »am meisten träumte ich vom Vogel sein. Das war mir auch der liebste Traum, und doch hätte ich nicht gedacht, dass das Fliegen etwas so Entzückendes ist. Immer lustig, Brüderlein!« »Tanz nur Tanz«, rief Flick, »wohin geht morgen die Reise? Ein neues Leben führen wir, dazu brauchen wir eine neue Welt. Nach Amerika gefällig?« Dabei machte Flick einen Purzelbaum. Dicht an seiner Seite breitete Flock im gleichen Jubel seine Flügel weit aus, als wollte er die ganze Welt umarmen. Hans Jakob hatte sein Klopfen eingestellt, um dem Gespräch der beiden Falter zu lauschen. »Hm, dummer Jung«, sagte er mit leichtem Hohn und ging durch den langen Gang in seine Hinterstube zurück. Amandas feiner Mantel zitterte in der Erregung, die er der Flug der beiden Falter verursacht hatte. Weit breitete sie ihren Mantel aus, sperrte das Maul auf und, Flick und Flock waren tanzend, zwischen den aufgepflanzten Bayonetten im Abgrund verschwunden. »Klein, meine Beute, kurz eure Freude«, sang Amanda mit ihrer leisen Stimme und schwang sich wieder auf ihren alten Platz. »Na, hat's geschmeckt«, rief Hans Jakob, dem es in seiner Stube zu schwül geworden war. »Danke«, antwortete die Fledermaus, »armselig Kleinzeug nur, kaum ein Voressen, macht Appetit nach mehr. Ist aber noch nicht viel zu haben, dumm, gute Nacht, Hans Jakob. Ich will noch einmal einen langen Schlaf tun.« Als der Klopfkäfer am nächsten Morgen Ausschau nach dem Weltgeschehen hielt, sah seine Freundin regungslos am Reck hängen, den Kopf tief zur Erde gesenkt. »Gute Nacht noch mal für kurze Zeit, Amanda«, sagte leise Hans Jakob, »und auf ein fröhlich Erwachen.« Dann ging er wieder in seine Wohnung, ohne nicht vorher etwas Kehricht vor die Türe geworfen zu haben. Es sah aus wie feines, gelbes Maismehl. Zwei neue Jahreswochen zogen über dem alten Stadttor dahin. Die Sonne grüßte es jeden Tag um einige Minuten früher am Morgen und blitzte die alte Wetterfahne am Abend etwas länger an. Auch begann sie hungrig und mit großem Eifer den Schnee aufzulecken, der in den schattigen Winkeln lag. Das leise Rieseln der fallenden Tropfen klang wie ein heimlich Geläute in die Spalten und Ritzen des alten Bauwerks, und in den Tausenden von Kinderwegen wurde es lebendig. Schier nimmer halten ließ sich das kleine Gesindel. Mit Ungestüm riss es die letzten Vorhänge auseinander, die ihm noch die goldene Freiheit versperren wollten. Gleich tollpatschigen Kindern, die ihre ersten Gehversuche machten, schlüpften und krochen und kollerten sie aus ihren heimlichen Bettchen, rieben und putzten sich die Augen, tasteten mit ihren Fühlern in die unbekannte Welt hinein, falteten die Flügel auseinander und schüchtern wieder zusammen, setzten sich auf einen Balken und probierten den ersten Flug. Auf einmal kam zu diesem kleinen Käfergesindel ein prächtiger Falter. Mit vier großen Augen auf seinen Flügeln, die eigentümlich gezackt waren, stellte er sich als Tagpfaunauge vor. »Mein Name ist Notburger«, sagte der schöne Falter und drehte sich einmal im Kreise. »Ein hübscher Name«, sprach Hans Jakob, den auch die laue Frühlingsluft vor seiner Haustüre gelockt hatte. »Aber er bedeutet etwas Schwieres, Trauriges. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen gleichfalls vorstelle, Hans Jakob, Ältester des ruhmreichen Geschlechtes der Trotzköpfe.« »Sehr angenehm«, sprach der Falter mit zierlichem Zusammenklappen der Flügel und ließ sich dicht bei Hans Jakob nieder. »Sie gehören wohl zu einer alten, langlebigen Familie? Trotzköpfe sind wohl besser zum Kampf ums Dasein ausgerüstet als wir mit unseren zarten, zerbrechlichen Gliedern.« »Wie lange wir schon hier im alten Tore hausen«, erzählte in stolzer Haltung der Käfer, »kann ich Ihnen nicht genau sagen. Aber lange ist es lange, das dürfen Sie mir glauben. Unsere Lebensaufgabe braucht eben Zeit, viel Zeit. Wir leben nämlich mit den Menschen in Fede und zerstören, was sie bauen. Ist Ihnen das bekannt?« »Aber nein, Herr Trotzkopf, woher sollte ich dies wissen? Bitte erzählen Sie mir davon, ich bin aufs Äußerste gespannt.« Dabei faltete sie weit ihre Flügel auseinander, und die Augen darauf schauten wie neugierige Fragezeichen Hans Jakob an. Der berichtete ruhig weiter. »Also, meine Urahnen bewohnten schon diese Burg. Sie sehen hier das Stammschloss meiner Väter, das die Menschen in verächtlichem Throne einen alten, wurmstichigen Schrank zu nennen belieben. Dumm und einfältig, nicht wahr?« »Sie werden es ja wohl am besten wissen, wie die Menschen sind.« »Ich habe noch gar keine Erfahrung«, warf Notburger schüchtern ein. Bei diesen Worten hatte sie sich dicht in die Nähe des alten Schrankes niedergelassen. »Im Allgemeinen taugen die Menschen nicht viel«, sagte Hans Jakob und stieß eine Schaufel voll Kehricht aus seinem Haus. »Doch keine Regel ohne Ausnahme. Unser Turmherr ist eine solche, dem fiele es niemals ein, sie zum Beispiel aufzuspießen.« »Aufzuspießen? Mein Gott, was soll dies bedeuten?«, fragte heftig zitternd Notburger. »Na, meist das Schicksal, schöner Falter, hoffe, dass Sie davon bewahrt bleiben. Ihr sind Sie sicher, unser Turmherr ist nämlich ein Sonntagskind. Werdet wohl wieder nicht wissen, was das ist? Ech, ich habe es mir gedacht. Also, Sonntagskinder sind Menschen, die ein Herz und eine Seele auch für uns Tiere haben. Und für solche gehen wir durchs Feuer, durchs Wasser und durchs Holz.« »Euren Turmherrn lebe ich«, sagte Notburger, und ihre Flügel bebten vor Erregung. »Ist er schön?« »Ach, dass ihr doch immer am Äußeren hängen bleibt, ihr kurzlebig Volk«, sprach Hans Jakob in missbilligendem Tone. »Immer aufs Bunte schillernde los, und wäre es das Verderben. Von außen ist nun unser alter Jörg nicht schön, aber umso schöner im Herzen. Wir alle im Turme dienen ihm und bauen an seinem Glück.« »Darf ich da nicht mittun?«, fragte Notburger, »ich möchte es so gern.« »Vielleicht«, antwortete Hans Jakob vorsichtig, »wenn ihr lang genug lebt, dann kann man euch in unserem geheimen Bund aufnehmen.« »Wie schön wäre das«, lispelte Notburger, »ich wäre euch wirklich von Herzen dankbar. Ihr seid ein starker König hier in der Welt, das habe ich gleich bemerkt.« »Ja«, sagte der Trotzkäfer, »stark und fleißig ist mein Geschlecht unsere Kinder, die mit kräftigen Kinnbacken ausgerüstet sind, ha, die bauen unablässig lange Gänge in unserer Burg, ja, natürlich unter meiner Oberaufsicht und nach vorgezeichnetem Planer.« »Sind Ihre Jungen niedlich?«, fragte Notburger. »Darauf kommt es bei uns nicht an«, antwortete Hans Jakob zurechtweisend. »Im Übrigen ist es bei uns wie bei den Menschen, auch wir halten unsere eigenen Kinder für die schönsten der Welt. Begreiflich, nicht wahr? Aber ihr Handwerk verstehen unsere Buben und Mädel vortrefflich. Mit ihren sechs Beinen drängen sie stets weiter vor und jedes Hindernis wird von ihnen überwunden. Durch unsere Burg zieht schon eine ganze Menge von Gräben.« »Ja, fällt sie denn da nicht ein, wenn ihre Kinder sie unterhüllen?«, warf Notburger ängstlich dazwischen. »Gewiss, meine Liebe«, sagte der Trotzkopf in unerschütterlicher Ruhe, »dann ist eben das Ende da, und anstelle unseres schönen Schlosses liegt ein Trümmerhaufen. Eine traurige Ruine. Aber wir freuen uns, denn unser Feind, der Mensch, klagt und trauert über den verfallenen Überresten.« »Da muss aber Ihr Turmherr auch trauern, wenn Ihre schöne Burg hier einfällt?«, fragte der Falter. »Damit hat es eine besondere Bewandtnis«, sagte Hans Jakob mit listigem Lächeln. »In unserer Burg ist ein Geheimnis eingeschlossen, und das wird frei, wenn sie in Trümmern liegt. Dies Geheimnis aber wird ein Glück für unseren Turmherrn sein. Mir kann und darf ich Ihnen nicht verraten. Habe ohnehin schon zu viel aus der Schule geplaudert. Sonst ist der alte Kasten für die Menschen nicht viel wert. Da haben wir schon ganz andere Kunstwerke zerstört. Kunstwerke, bei deren Tod ich kluge und gelehrte Menschenkinder weinen, wirklich weinen sah. Wir haben sogar schon einmal die ganze Welt eingeschmissen. Was sagen Sie dazu?« Hans Jakob warf stolz den Kopf zurück, um den Eindruck zu beobachten, den seine Worte auf das Pfauenauge gemacht hatten. »Unmöglich«, sagte diese und zitterte am ganzen Leibe. »Wir gehören doch auch zur Welt. Oder sind wir außer der Welt? Erklären Sie es mir. Ich verliere rein noch den Verstand.« »Na«, sprach der Trotzkopf, »allzu viel hat Ihre Sippe wohl nicht zu verlieren. Ihr Geschlecht ist kurzlebig und besitzt darum wenig Erfahrung, ist auch nicht so gründlich wie unser eins, dem das Forschen und Grübeln und Bohren nun einmal im Blute liegt. Aber nur keine Angst, der alte Hans Jakob erlaubt sich gern ein Späßchen mit jungen Damen. Die Zerstörung der Welt, ha, ha, sie müssen wissen, dass die Menschen Bilder von der Erde machen, große, runde Kugeln, bunt bemalt. Sie glauben nämlich, dass die Welt sich stets drehe. Pff, komische Vorstellung, nicht wahr?« »Das muss aber nett aussehen«, meinte Notburger. »Ja, für Sie wäre der Tanz auf der Weltkugel ein Vergnügen«, sagte Hans Jakob, »weil Sie gerne an der Oberfläche bleiben. Wir wollen in die Tiefe und ziehen das Nahhafte dem Schönen vor. Die Menschen machen diese Kugeln nämlich aus Papier und Kleister. Wissen Sie, wie Kleister schmeckt?« »Aber nein«, entgegnete Notburger, »so etwas gab es in unserer Puppenküche nicht. Wenn es aber wie Honig und Blütenduft schmeckt, habe ich wohl eine Ahnung. Dann muss es etwas Gutes sein.« »Pappe«, rief Hans Jakob in verächtlichem Tone, »unser eins braucht kräftige Kost. Wie könnten wir sonst unseren ritterlichen Panzer tragen?« »Also, der Kleister ist nun einmal die Lieblingsspeise in unserer Familie. Da ist es doch ganz natürlich, dass wir uns in einer solchen Weltkugel ansiedeln, finden Sie nicht auch?« »Gewiss, ich begreife es sehr gut«, sagte lächelnd das Pfauenauge. »Da bauen Sie dann Ihre Gänge und Höhlen mitten in die Welt hinein?« »Freilich«, antwortete Hans Jakob, »bis auch hier eines Tages oder nachts.« »Ach«, rief Notburger traurig aus, »mir wird schon wieder ganz bange, wenn ich daran denke.« »Warum denn? Eines Tages kommt der Weltuntergang. Dann stürzen die Erdteile ins große Weltmeer und das Liedlein ist aus.« »Mich wundert nur«, sprach der Falter, »dass Sie die Menschen so ungestört fühlen lassen, oder stellen Sie ihnen nach?« »Krch, Kleinigkeit für mich«, erwiderte stolz der Käfer. »Umsonst heißen wir nicht Trotzköpfe. Unser Schädel ist hart, das haben Sie doch an meinem Klopfe gehört, nicht wahr?« »Freilich«, stimmte Notburger zu, »gleich zu Beginn unserer Bekanntschaft bewunderte ich Ihren harten Kopf.« »Nun also«, erwiderte Hans Jakob, »wissen Sie eigentlich, was ich tue, wenn ich das Unglück habe, in Gefangenschaft zu geraten oder fürchten muss, getötet zu werden?« »Nein«, entgegnete der Schmetterling zitternd, »aber ich möchte es sehr gerne erfahren.« »Da stelle ich mich einfach tot«, »mause tot«, sprach der stolze Trotzkopf. »Tot? Das verstehe ich nicht«, lispelte Notburger. »Doch, sehr einfach tot ist, na, wie soll ich es Ihnen erklären, tot ist, ausgeblasen, zerdrückt, zertreten. Ich liege eben still und gebe keinen Schnaufer von mir.« »Das ist aber kolossal bewundernswert. So etwas bricht ich nicht fertig«, sagte der Falter. »Glaube ich«, meinte Hans Jakob und richtete sich steil auf, »es ist eine Kunst, die wir auf Kind und Kindeskinder vererben.« »Tun Ihnen dann die Menschen nichts mehr, wenn sie wie ein ausgeblasenes Licht dort liegen?« »Nein«, antwortete der Käfer, »aber sie trauen uns nicht, und da quälen sie uns, nur um uns zu einem Lebenszeichen zu zwingen. Doch unser Wahlspruch heißt »standhaft« und »trotzig«. Man stammt nicht umsonst von einem tapferen Rittergeschlecht ab.« »Aber dann, wenn sie die Menschen täuschen ließen und sie für echt tot halten«, warf Notbürger neugierig ein. »Nun, dann ernte ich rasch den Lohn für meine Geduld und meine Standhaftigkeit und reite Spornstreichs in ein sicheres Verlies.« »Ach«, sprach aufseufzend das Pfauenauge, »das wäre mir doch ein zu aufregendes Leben. Nehmen Sie sich nur in Acht, es würde mir um Sie furchtbar leid tun.« »Unbesorgt«, rief Hans Jakob mit übermütiger Stimme, »schließlich lebt man überall nur einmal in der Welt. Vorerst aber will und muss ich noch eine Zeit lang leben, denn meine Aufgabe ist noch nicht vollendet, bis Schwalb und Storch uns wiederkehrt, auf alle Fälle.« »Warum gerade bis dorthin?«, fragte Notbürger rasch. »Ach, das betrifft unser Turmgeheimnis. Wenn Sie lange genug leben, werden Sie es vielleicht noch erfahren, dass ich die allerwichtigste Rolle in unserem Turmschauspiel habe.« »Schade, dass unser Leben gar so kurz ist, oft nur ein einziger schöner Sommertag.« Hans Jakob kannte die Welt im Allgemeinen und das Falterleben im Besonderen. Darum hatte er auch Mitleid mit Notbürger. War sie doch erst aus der Kinderstube geschlüpft und stand nun hilflos in der Welt, die er einen wunderbaren Sommertag im winterlichen März vorgetäuscht hatte. Wie lange mochte es dauern, und der blaue Himmel überzog sich mit einem dunklen Vorhang, und statt auf bunten Blüten herunterzulachen, war verweiße, kalte Flocken auf sie nieder. Der Trotzkopf sah mit klaren Augen den frühen Tod des Falters voraus, und es tat ihm in seinem Käferherzen ordentlich leid um den schmucken Schmetterling. Endlich sagte er, »Liebste Freundin, ein kurzes Dasein auf dieser Erde ist nicht das Schlechteste los. Sogar die Menschen preisen die glücklich, die in der Blütezeit vollenden, und ich sage ihnen, wer jung stirbt, hat doppelt schön gelebt. Wenn sie ein Methusalem werden wollten, dann durften sie ihre Kinderstube nicht so früh verlassen. Vorwitz wird nun einmal nicht alt. Wenn mich nicht alles täuscht, so ist der nichtsnutzige Bengel, der Lenz wieder davon, und der alte Grießkram, der Winter, fängt noch einmal zu regieren an. Dann ist sie mit Blühen und Sonnenschein vorbei, und in ihrem leichten Fähnchen muss sie in ja ihr Herz erfrieren. Sie sind ihrer Zeit voraus, und das ist immer ein Elend. Kennen Sie den Vers nicht, der Ihr Schicksal besingt? Ach, nein, sagte in gespannten Tone Notburger. Was ist das? Ich habe keine Ahnung von einem Verse. Ein Vers, sprach belehrend der Trotzkopf, ist das Wort eines Dichters. Was ist das nun wieder? fragte der Falter und fing an, sich seiner Dummheit zu schämen. Ja, antwortete Hans Jakob und schüttelte den Kopf, das ist auch für mich schwer zu erklären. Dichter, Dichter sind eine besondere Sorte von Menschen, schon Menschen, aber eine andere Art, so ähnlich, wie es auch bei uns verschiedene Arten gibt, Mehlkäfer, Mistkäfer. Aber Sie verstehen mich doch? Notburger verstand zwar noch nicht, aber sie wagte nicht, es einzugestehen, und darum schwieg sie. Hans Jakob fuhr fort, also die Dichter sind besondere Menschen, die ausschauen wie die anderen, auch auf zwei Beinen durch die Welt laufen, aber mit ihrem Kopf ist es nicht ganz richtig. Der ist meist woanders als ihr übriger Körper. Wie ist das nur möglich? sagte Notburger, die regungslos saß und lauschte. Es muss bei Ihnen möglich sein, erklärte in bestimmtem Ton der Käfer. Mit Ihren Gedanken, die im Kopf gewohnen, können Sie fliegen weit, weit. Also haben Sie Flügel wie wir? fragte der Falter und hob plötzlich stolz die Seinen empor. »Das nun gerade nicht«, sprach Hans Jakob, »aber trotzdem können Sie dicht bis zu den Sternen fliegen und sind sogar so keck, dass Sie sich unbekümmert den schönsten herunterholen.« Notburger zitterte vor Erregung. »Und dann«, »dann«, antwortete der Käfer in trockenstem Tone, »dann üben Sie eben den Unfug aus, den Sie Dichten heißen. Sie machen Worte, ich sage Ihnen, nichts als Worte, die am Ende aufeinander klappen wie Ihre Flügel verehrte. Das nennen Sie dann ein Vers.« »Ach«, flüsterte ergriffen der Falter, »wenn ich nur einen solchen hören könnte!« »Nichts leichter als das«, sprach Hans Jakob und warf stolz sein Haupt zurück, so dass es hart an der Wand anschlug. »Ich könnte Ihnen Verse von unserer Turmdichterin vortragen, aber da es sich um unser Geheimnis handelt, muss ich verschwiegen sein.« »Äh, doch will ich Ihnen den Vers sagen, der von Ihnen selbst spricht. Hören Sie gut zu, damit Sie merken, wie es aufeinander klappt. Also, umsonst sein Flattern in buntem Kleid, umsonst sein Suchen und Lungern, Vorläufer einer neuen Zeit, die müssen gewöhnlich verhungern. Nun, was sagen Sie dazu? Haben Sie das Zusammenklappen beachtet?« »Ich glaube«, sagte leise und traurig Notburger, »aber ich finde diesen Vers entsetzlich ergreifend.« »Jee nun«, sprach Hans Jakob und warf eine Schaufel gelben Mehls aus seinem Haustor, »so ist es nun einmal im Leben. Der eine sitzt mitten im Speck, der andere nagt am Hungertuch, und wir können es nicht ändern. »Reichen Sie mal einen Augenblick, ich muss tüchtig klopfen, meine Frau soll wissen, wo ich bin.« Bald klang aus der Wohnung des Trotzkopfes ein Gehämmer wie das Schlagen einer alten, müden Ohr. »Tick-tack, tick-tack«. Da wachte plötzlich Amanda die Fledermaus auf. Noch halb im Traum ließ sie den Balken los und sank auf den Boden. Der Falter, noch ganz unter dem Eindruck des traurigen Liedes, saß mit zusammengelegten Flügeln in der Nähe von Hans Jakobs Wohnung. Plötzlich fuhr er schreckt auf, ihm ahnte Unheil. »Ei, das lobe ich mir«, rief freudig Amanda, »schon ein schmuckes Vöglein. Nun wird es Zeit, dass ich mir den Winterstaub aus dem Rock bürste.« Dabei breitete sie ihre Flughaut auseinander und flatterte in die Höhe. Ganz entsetzt über den schwarzen Mantel, der immer näher kam, schrie der Falter, »was wollen Sie von mir, bitte? Ich heiße Notburger.« »Nur nicht erschrecken, Kindchen«, lachte Amanda und zeigte dabei ihr blankes Gebiss. »Nichts will ich von dir, dich selber!« Im gleichen Augenblick schon war der Lebtag des Falters zu Ende. Zehntes Kapitel Der Schwalbenheimkehr ins alte Stadttor Ein herrlicher Frühlingstag rüßte mit lautem Lüfteschwenken das alte Stadttor und den Teich. Das Wasser dankte dem stürmischen Wandergesellen in zierlichen Wellenbewegungen. Von Süden her schossen schwarz-weiße Punkte wie tanzende Kügelchen durch die Luft. Einer der schnellsten löste sich aus dem Schwarm. Ein zweiter folgte, und beide stießen mit einem Kecken Steilsprunge hinab in den Teich. Ein doppeltes »Witt, Wiedewitt« klang über das Wasser. Es waren Xaver und Sabine, das Rauchschwalbenpaar, das aus dem Süden heimkehrte, den Reisestaub abschütteln und sich durch einen frischen Trunk im Teiche stärken wollte. »Servus, Frau Sabine«, schrie Harald, der von einem Seerosenblatt aufs Ufer sprang, »auch wieder in meinem Revier?« Die Schwalbe dankte mit kurzem »Witt, Witt«, gab aber auf seine Frage keine Antwort. »Komm, Xaver«, sagte sie zu ihrem Manne, »muss der kecke Schwätzer der Erste sein, der uns den Heimatgruß entbietet?« »Als recht, Bähnchen«, antwortete Xaver, »eine aufgeblasene Gesellschaft, diese grünen und braunen, bilden sich wunderwas ein und bringen nichts aus ihrer Kehle, als das langweilige Quark-Quark, das nennen sie dann Konzert, zum Lachen.« »Wenn es der Pankratz gewesen wäre, hätte ich mir die Unterhaltung gefallen lassen, denn er ist auch in das Turmgeheimnis eingeweiht und wüsste vielleicht so erzählen, was der Geheimbund während unserer Abwesenheit geleistet hat«, meinte Sabine. »Nun, das erfahren wir bald aus bester Quelle«, antwortete ihr Mann, »wir müssen ja doch so rasch als möglich unsere Antrittsbesuche bei Amanda und Ludmilla und bei Aurelia machen.« »Wenn wir einigermaßen mit unserer Wohnung in Ordnung sind«, sagte Sabine, »das ist meine erste Sorge. Vergiss übrigens auch nicht, auf der Zinne nachzusehen, ob die Burg für Freund Dagobert schon zum Einzug bereit ist. Er hat es mir beim Abschied auf dem Schiffe nochmals ans Herz gelegt.« »Ja, ja, werde es nicht vergessen«, versicherte Xaver, »ein komischer Kauz übrigens, mir fast so gravitätisch und würdig.« »So sind alle Ritter von Langbein«, sagte Sabine, »seine Frau, die Isabella, ist gerade so, obwohl sie ein gutes, weiches Herz hat. Aber es liegt ihnen nun einmal im Blute, dass sie etwas hochmütig auf die andere Welt herablicken. Langhalsige und langbeinige Geschlechter haben ihren besonderen Adelsstolz, das merkt man schon an ihrem Wohnsitz, immerzu höchst oben. Wo sich Dagobert wohl noch herumtreibt? Träumt noch des Nachts vom Nil und seinen fetten Fröschen? Na, die Grünen und Braun werden sich darüber trösten, wenn die Storchenburg auf der Turmsinne noch nicht die schwarz-weiße Fahne aufzieht. »Nun, bis das Turmgeheimnis enthält wird, muss er ja auf alle Fälle zurückgekehrt sein. Vor dem ersten Mai kommt es wahrscheinlich doch nicht zum Klappen. Ich bin übrigens wirklich neugierig, wie weit Hans Jakob mit seiner Arbeit vorgedrungen ist. Bei gutem Wetter mache ich heute noch im Speicher bei Amanda Besuch.« »Und regnet's«, sagte Xaver, »dann sausen wir zu ebener Erde und stellen uns Aurelia als heimgekehrte Weltreisende vor.« »Es ist eine Not«, meinte Sabine, »wie man's mit den vielen Besuchen sich einrichten soll. Man will doch niemand beleidigen, und keiner mag der Letzte sein. Nach der kleinen Annemarie muss ich mich auch recht bald umschauen. Das Kind wird um ein Hübsstück größer geworden sein seit unserem Abschied im Herbst.« Während dieser Unterhaltung waren Sabine und Xaver in Zickzackflügen, bei denen allerlei vorwitzige Fliegen und Käfer verspeist wurden, ans alte Stadttor gekommen. Unter der Wölbung ganz oben an der Decke wuchs ein dickes Brett aus der Wand heraus. »Der Grund unseres Hauses steht«, rief jubelnd Xaver und strich in einem einzigen Saus durchs Tor und zwitscherte einen Gruß über das Gärtlein in Annemaries Haus. »Grieß Gott, Schweblein«, rief laut das Kind und klatschte in die Hände, dann zurück ins Haus, »Mutter, die Schweiben vom Großvater sind wieder da!« Schon war Xaver zurück und saß neben Sabine auf den Grundpfeilern seines Hauses. Dieser hatte unterdessen zum offenen Torfenster hineingeguckt und dem alten Jörg ihre gesunde Heimkehr gemeldet. Nun zwitscherten Xaver und Sabine aufs Angelegentlichste miteinander. »Wie ist das Kind?« fragte im zärtlichsten Tone Frau Sabine. »Wie ein Äpflein so rot, wie eine Kirschblüte so weiß, und gewachsen, sage ich dir, schier nicht zum Glauben«, sprach Xaver voller Stolz. »Aber natürlich«, erwiderte Sabine, »das Kind hat ja am ersten Mai seinen ersten Schulgang. Ja, ja, man wird alt, das habe ich bei unserem Turmherrn bemerkt. Sein Gesicht schien mir noch tiefer gepflügt als im Vorjahr, und auf seinen Haaren liegt Schnee, viel Schnee. Es wird Zeit, dass ihm die große Freude wird.« »Nur Geduld«, antwortete Xaver, »es dauert nicht mehr lange.« »Auf dieses Turmfest wollen wir uns alle freuen. An diesem Tage der Enthüllung wird Burgfriede befohlen, da muss alle Feder aufgehoben sein. Ein merkwürdiges Erleben für uns und unsere erste Brut.« »Komisch eigentlich«, sagte Xaver und musste laut lachen. »Stelle dir einmal Amanda, die Fledermaus und Isidora in traulichem Gespräch zusammen vor, und Annemaries Peter, den Hausfreund des alten Jörg, ein Manuett mit Fips, dem Mäusesprössling, tanzen. »Lieben und nicht fressen dürfen vor Liebe, das wird schwer halten, meinst du nicht, Binnchen?« »Na ja, du Schäker«, antwortete seine Frau, »nimm du dich nur selbst in Acht, dass du den Burgfrieden nicht brichst. Wenn Eva Mark mit ihrer gesamten Mottenbrut ihren Mais-Spaziergang macht, musst du die zarten jungen Backfischlein auch ungegrüßt von dir lassen.« »Na, kinderleicht soll ich eintätig fasten«, sprach Xaver, »werde mich am letzten April gründlich anfressen und am nächsten Tage von meinem Speck gezehren. Übrigens wollen wir jetzt an unsere Vorbereitungen gehen. Bleibe du ruhig hier und räume die Stube etwas auf. Ich fliege zum Teich und trage Baustoff zu. Es gibt mancherlei zu flicken und auszubessern.« Sabine zwitscherte ihr Einverständnis. Als Xaver sich erhob, rief sie ihm noch nach, »wenn du Pankratz, den Laubfrosch, siehst, erkundige dich nach dem Wetterbericht. Ich will doch sehen, ob er noch mit unseren eigenen Beobachtungen übereinstimmt. Es handelt sich um unseren guten Ruf beim Kalendermann.« Xaver war in wenigen Augenblicken drüben beim Teich, nahm den Schnabel voll weichen Schlammes und flog in raschen Stößen zum Nest zurück. Dort hielt Sabine große Stöberei. Was ihr Mann brachte, mengte sie fleißig mit ihrem Speichel und baute die brüchigen und morschen Stellen ihres Häusleins zierlich auf, wie ein gelernter Maurer, kunstvoll Schicht auf Schicht und dazwischen den Binden Mörtel setzend. Dabei musste sie oft die gewagtesten Stellungen einnehmen, aber ihre zarten Füßchen umklammerten so fest jede Rauigkeit der steilen Wand, und ihre Sinne waren so sehr auf das eine Ziel gerichtet, dass es ihr gar nicht einfiel, schwindelig zu werden. Xaver flog unablässig mit Schlamm ab und zu. »So, jetzt ist's genug«, sagte Sabine zufrieden, »nun können wir an die Innenausstattung denken. Hohle Federchen, Strohhelmchen und was du sonst besorgen kannst.« Gehorsam tat Xaver, was ihm seine Frau befohlen hatte, und bald war das Schwalbenheim allerliebst warm und weich ausgepolstert. »Die reinste Prinzessinnenwiege«, sagte Sabine, als sie stolz ihr Kunstwerk anblickte. »Na, wenn erst die Brut drin legt und die weiten Mäulchen aufsperrt, dann heißt es, wie der Sturmwind durch die Lüfte sausen.« »Bis dahin, Xaver«, antwortete Sabine, »macht ja auch das Käfervölklein seine Frühlingstänze, dann beginnt das reinste Schlaraffenleben. »Fliegen und Maul aufsperren, zwei Beschäftigung, die wir in unserer Kinderstube richtig gelernt haben.« Der Apriltag ging langsam und müde zur Ruhe. Im Speicherraum des Turmes richtete Amanda die Fledermaus ihr Samtkleid zum nächtlichen Ausflug. Vor dem kreisrunden Ausschnitt, der ins Freie führte, klang ein freundlich wie der Witt. »Ei, der tausend, Frau Sabine«, rief erfreut Amanda, »wieder zurück aus dem sonnigen Süden, und gesund und munter, wie ich spüre, denn meine Augen sind und bleiben leider schwach und kurzsichtig.« »Dafür sind die meinen umso schärfer«, antwortete Sabine, »und die sehen zu meiner großen Freude, dass ihnen der Winterschlaf gut bekommen ist. Auch passt ihnen ihr Kleid schon wieder ganz hübsch.« »Ach ja«, sprach Amanda, »ich bin zufrieden. Zwischen unserem alten Tor und dem Teich hast du stets ein reger Verkehr. Da fällt unsereins die Kost nicht zu schmal ab.« »Und wir, Verehrte«, fuhr Sabine dazwischen, »machen ihnen ja keine Geschäftskonkurrenz. Sie räumen mit dem Nachtgesindel auf, wie wir den Tag über den Polizeidienst übernehmen. Friedlich, schädlich, so ist das Losungswort zwischen unseren Familien. Mein Mann hat mir übrigens erzählt, dass am Teich drüben eine wahre Pracht von jungem Nachwuchs zu Tanz und Spiel sich drängt. Gute Zeiten also, liebste Freundin!« »Da fällt mir unser Geheimbund ein. Haben Sie vielleicht schon von Ludmilla Näheres erfahren?« »Aber nein, Amanda, Sie sind doch die Erste, zu der mich mein Herz nach unserer Heimkehr gedrängt hat. Mein Mann und ich, wir sind beide außerordentlich gespannt, wie weit alles gediehen ist. Bitte erzählen Sie mir!« »Also«, sprach mit wichtiger Miene die Fledermaus, »am ersten Mai ist der große Tag. Isidore hat ihn nun endgültig festgesetzt. Es soll mit dem Schulgang des blonden Kindes zusammentreffen.« »Die Mitglieder der Verschwörung sind ja nun fast alle versammelt«, meinte Sabine. »Bis auf Ritter Dagobert«, stimmte Amanda zu. »Er wird sich auf der Heimreise verspätet, vielleicht einmal den rechten Anschluss versäumt haben. Wir trafen uns während der Fahrt auf einer Schiffsstation. Er gab mir den Auftrag, nach seiner Burg zu sehen«, meinte Sabine. »Die ist in Ordnung«, sagte Amanda, »dafür hat unser guter Turnherr bereits vor ein paar Wochen gesorgt. Dem Rat fehlte eine Speiche, ist schon eingesetzt. Wir werden uns alle freuen, wenn recht bald die schwarz-weiße Fahne von der Turmzähne flattert. Ambrus Grille hat ja lange genug das Bundeslied dem alten Jörg vorgegeilt. Der wird es wohl auswendig kennen. Will sehen, ob alles klappt und jeder seine Rolle gut spielt. Isidore hat den ganzen Plan wirklich aufs Feinste gesponnen. Ich selbst habe ja nur bei den Vorbereitungen mitgewirkt. Nun, es kann nicht jeder eine Hauptrolle besitzen, jeder muss auf seinem Posten eben seine Pflicht tun.« »Ganz meine Ansicht, Verehrteste«, zwitscherte Sabine Beifall zu, »ans Jakob leistet ja wohl die Hauptarbeit. Wie weit ist er gekommen?« »Fast fertig«, entgegnete Amanda. Isidora erzählte neulich, dass er ihr klipp und klar telefoniert habe, sie hat nämlich ihre Wohnung dicht unter die Hans-Jakobsburg verlegt, dass er mit seinen Gängen bis auf eine ganz dünne Wand fertig sei. Die will er aber erst durchbrechen, in der Nacht zum ersten Mal. »Oh, fein, wirklich fein«, jubelte Sabine, »und was hat denn Eva Mark die Motte zu tun?« Die muss in der Nacht, wenn der gute Jörg beim Lampenlicht seinen Abendsägen in der Bibel liest, mit ihrer ganzen Sippschaft in die Stube tanzen und bei Festbeleuchtung das berühmte Mottenlied singen. Das soll der Glanzpunkt der Verschwörung sein, der erste Akt in dem großen Schauspiel, wie Ludmilla in ihrer bewundernswerten Ollenweisheit es nannte. »Ich verstehe«, stimmte die Schwalbe freudig zu, »ein reizender Plan. Das Mottenlied treibt die Menschen mit unwiderstehlicher Gewalt zu den Kästen und Schränken, in denen sie ihre Gewänder aufzuheben pflegen, und dann«, »ja, dann«, ist der große Augenblick gekommen, wo Hans-Jakob, unser unermüdlicher Forscher und Grübler, sein Triumph feiern wird. »Das letzte Hindernis stößt er durch, und der Kasten mit der doppelten Wand bricht zusammen.« »Wird es aber unseren guten Jörg nicht recht erschrecken?« fragte Sabine in mitleidsvollem Tone. »Ach, wie froh«, lachte Amanda, »solche zerbrechlichen Frauennerven hat ja unser Turnherr zum Glück nicht.« »Nun ja«, antwortete Sabine, »dann hüpft ihr auch das Gold und Silber aus seinem Versteck, das Metall hat ein fröhliches Lachen.« »Nicht immer, liebe Freundin«, sagte Ernst die Fledermaus, »für den, der den Schatz vergraben hat, klang das Lachen gar hässlich, und es hat ihm die Freude seiner Tage und den Schlaf seiner Nächte gestohlen.« »Oh, wie traurig«, zwitscherte Sabine, »davon weiß ich ja nichts, rein gar nichts.« »Ja«, entgegnete Amanda, »die Vorgeschichte des Schatzes ist nicht so freundlich und sonnig wie sein Schluss. Deshalb wissen auch nur Ludmilla die Eule, Till der Kauz, und ich näheres darüber. Die Nacht hält viel Dunkles und Trauriges in ihrem schwarzen Mantel.« »Muss das aber nicht der gute Turmherr erfahren?« fragte Sabine in besorgtem Tone. »Wenn das Gold auch ein anderes Lachen hat, sollte er doch gewarnt sein.« »Gewiß, liebe Freundin, alles ist bedacht worden. Isidore hat nicht den feinsten Faden vergessen.« »Wirklich wunderbar«, rief Sabine. »Ja«, stimmte Amanda bei, »ja, muss alles wissen. Und Sie erhalten dabei eine führende Rolle, Sabine. Im Auftrag Ludmillas habe ich es Ihnen zu eröffnen.« Die Schwalbe zwitscherte in freudigen Worten ihre Bereitwilligkeit. »Es ist nämlich ein letzter Wille bei dem Schatz«, erklärte Amanda. »Wissen Sie, was das ist?« »Aber freilich«, sagte Sabine, und ihr Ausdruck war beinahe etwas beleidigt. »Tiere, die wie ich weit in der Welt herumkommen, wissen in solchen Dingen Bescheid. Die Menschen, die uns doch in der Schnelligkeit des Reifens so himmelweit nachstehen, machen gar ein großes Wesen, wenn sie eine lange Fahrt übers Meer antreten. Sie haben Angst, ob sie wieder zurückkehren, und da schreiben sie dann ein langes und breites über ihre letzten Wünsche auf.« »Ich bewundere,« verehrte Freundin, »hierer Klugheit.« »Ja, ja, man merkt eben die Weltgewandtheit sofort bei vielgereisten Leuten.« »Nun also, um auf den Ausgang unseres Gespräches zurückzukommen, wir fürchten, dass unser Turmherr den Schatz in aller Eile zusammenpackt und ihn den Stadtvätern übergibt.« »An so etwas hab ich freilich nicht gedacht,« zwitscherte Sabine etwas kleinlaut. »Ja, das ist Ludmillas Bedenken, aber sie weiß, dass der Mann, der den Schatz vor langen Jahren vergraben hat, niemand anderen als den Finder in den Besitz einstellen will. Das ist klipp und klar in dem letzten Willen ausgeschrieben.« »Den muss eben unser Turmherr zu lesen bekommen,« sagte Sabine ganz aufgeregt. »Natürlich,« stimmte Amanda bei, »und das ist des Pudelskern und ihre Aufgabe, liebe Sabine.« »Wie gern, wie gern,« zwitscherte Sabine begeistert. »Das bringen Xaver und ich von Moos zusammen. Was schleppen wir alles in unser Haus, bis es anständig möbliert ist? Da werden wir ihm doch so ein Stück Papier vor die Augen tragen können.« »Aber unversehrt, Liebste, muss es sein,« mahnte Amanda. »Selbstverständlich,« erwiderte Sabine, »nicht ein Tüpfelchen darf weggerückt werden. Ist uns doch eine Ehrensache. Das muss ich aber gleich mit meinem Mann besprechen. Er wird sich morgen die Ehre geben, sie zu besuchen.« Zwitscherte eifrig Sabine, die es nicht mehr aushalten konnte, ruhig zu sitzen. »Ja, es wird Zeit für Sie zum Zubettgehen,« sagte Amanda etwas spöttisch. »Und für Sie zur Nachtschicht,« entgegnete Sabine schlagfertig, »unser Eins hat sein Tagwerk hinter sich und hat sich die Schlafmütze reichlich verdient. Also gute Nacht, Frau Amanda.« »Gute Nacht,« sprach Amanda und breitete ihren Mantel aus. Sabine verließ durch das runde Loch den Speicherraum und war bald unterm Tor im Nestlein verschwunden, wo es heute lange nicht zur Ruhe kommen wollte, solch Gezwitscher und Gezwitscher klang hin und her zwischen dem munteren Ehepaar. Amanda aber flog einsam durch die dunkle Nacht. Elftes Kapitel Die letzten Vorbereitungen für den großen Tag Der Mai stand vor der Türe. Eine ungewöhnliche Wärme, die den Sommer schon anließ, lag schwer über Stadt und Teich. Ein ganzes Heer von tanzenden und singenden Müßiggängern war den Puppenwegen entschlüpft und freute sich des neuen Lebens in ungebundener Freiheit. Durch die klare Frühlingsluft schwirrten glänzende Libellen, spiegelten sich im Teiche und machten mancher Mücke den raschen Gar aus. Dazwischen sprangen und hüpften die schwarzen Springschwänze und spielten die Rolle der Hanswürste in diesem Zirkusfest, der Käfer. In all das lustige Zirpen, Brummen und Summen klang seltsam feierlich das Glockengeläut der Unken aus der Tiefe. Ein vorfestes Main, der morgen seinen Einzug halten wollte, feierten auch die grünen und braunen des Teiches, die mit den nimmersatten Libellen im fröhlichen Jagen auf das lebenslustige Käfervolk wetteiferten. Und doch mahnte auch sie, das klagende Geläute aus der Tiefe, an die Vergänglichkeit alles Erdenlebens. Wart doch vor vierzehn Tagen, ihr alter Erbfeind, der stolze Ritter Dagobert von Langbein, mit seiner gleichfalls hochgeborenen Gemahlin Isabella aus Afrika zurückgekehrt und hatte seinen Sitz in seiner Stammburg auf der Zinne des alten Stadttores aufgeschlagen. Aus dem Lande der Pharaonen brachte er aber nicht nur seine langen Stelzbeine mit, sondern auch seinen unverwüstlichen Appetit auf deutsche Frösche. Warum war er nicht bei den Pyramiden und den fetten Nilfröschen geblieben? Seine Raubzüge im Teiche hatten schon manch im Gesangverein der Grünen und Braun den besten Tenorsänger entrissen, und statt der frohen Frühlingslieder mussten sie des Öfteren ihre Kehlen zu Trauer- und Klagemelodien stimmen. Was mochte der heutige Tag wohl bringen? Man darf den Tag nicht vor dem Abend loben, und die Sonne stand noch hoch am Himmel. Gesättigt und träge saßen Harald und die Seinen auf den Schilfblättern und nickten ihren Mittagsschlaf. In unmittelbarer Nähe am Ufer wiegten sich auf einem jungbegrünten Strauch der Laubfrosch Pankratz mit seiner Familie. Da schwirrten vom Stadttörher Xaver und Sabine an. »Wiedewitt, Wiedewitt! Quark, quark!« Das dunkle Gewand leuchtete stahlblau, und die Stirn- und Kehlstreifen wetteiferten in ihrem tiefen Braun mit den Kastanien, während die Unterseite in der Sonne wie Gold brannte. Das ganze Festgewand strahlte in seiner Pracht das heiße Mutterglück wieder, das in Sabinens Herzen glühte. Die beiden kamen eben von ihrer jungen Brut, die wohlgeborgen im Schwalbenhaus unter dem alten Stadttor ruhte. »Wiedewitt! Grüße von unseren Kindern, Freund Pankratz!« rief Xaver mit heller Stimme. »Was machen denn die lieben Kleinen? Alle munter und wohl auf?« fragte Pankratz voll Teilnahme. »Danke! Eins gesünder als das andere! Eins sperrt sein Mäulchen auf weiter als das andere!« antwortete Sabine mit freudigem Stolz. »Da habt ihr gerade genug zu tun, um die hungrige Gesellschaft satt zu bringen!« meinte Pankratz. »Na, ihr Flieger könnt es euch leisten! Wir Hüpfer bekämen elende Kreuzschmerzen, werden müde, bis wir unseren eigenen Magen füllen.« »Heute werde ich noch oft in eurem Jagdrevier streifen«, sagte mit wichtiger Mähne Xaver, »denn morgen, lieber Freund, ist bei uns im Tor Halljahr.« »Was soll das sein?« fragte erstaunt der Laubfrosch. »Mein Blick geht ja mit Leichtigkeit in die Zukunft, aber dies geheimnisvolle Wort verstehe ich trotzdem nicht.« »Ach, Xaver muss immer seine besondere Sprache haben«, mischte sich Sabine ein, »kürz und gut, das große Torgeheimnis wird morgen enthüllt.« »Richtig«, antwortete Pankratz und machte zur Erleichterung seiner Gedankengänge einen Luftsprung, »habe ich doch selbst die Prophezeiung in den alten Turm geschickt. »Eins, zwei, drei, im wunderschönen Mai, wird sich das Rätsel lösen, im wunderschönen Mai, eins, zwei, drei.« »Die Aurelia hat sie bei mir geholt, und morgen ist der große Tag, freut mich, freut mich.« Und Pankratz sprang ausgelassen noch zweimal hoch in die Luft. »Ja«, fuhr Sabine wichtig fort, »heute Abend wird Seppel, der Wieberknecht, zu allen Sippen, die im Stadttorhausen die Botschaft tragen, dass morgen allgemeiner Burgfriede herrschen und Urfäde geschworen werden muss.« »Quark, Quark, ganz klar«, entgegnete Pankratz, »bis jetzt getrennt marschiert, morgen aber wieder vereint geschlagen. Eure Isidora hat wunderbar den Plan ausgesponnen.« »Die Erfüllung wird noch wunderbarer sein«, zwitscherte Sabine in freudiger Erregung, »wenn ich nicht in der Kinderstube die letzten Tage so viel zu tun gehabt hätte, würde ich es fast nicht mehr ausgehalten haben. Seit Ritter Dagobert auf der Zähne eingezogen ist, meinte ich, jeden Tag müsste es losgehen.« »Ihr habt jedenfalls von meiner Prophezeiung nichts gewusst, sonst hättet ihr euch das vergebliche Hoffen und Warten ersparen können«, sagte ihn etwas gekriegt. »Freilich«, stimmte Xaver ein, der gerade vom Stadttor zurückkam, wohin er seinen Kindern einige Portionen feinsten Mückenbratens gebracht hatte. »Wir lauschten immer nach dem Bundeslied und vergaßen darüber, uns genau nach dem Zeitpunkt zu erkundigen. Wenn er die Vase Aurelia sieht, bitte grüßet sie von mir. Sie soll mich so bald wie möglich aufsuchen, um mir alles zu erzählen.« »Gewiss, gewiss«, zwitscherten Xaver und Sabine zu gleicher Antwort. Dann stießen die beiden hoch empor und machten die luftigen Jagdgründe unsicher. Zum Tor und wieder zurück, unzählige Male, bis Fini, das jüngste Schwalbentöchterlein, sich das Mäulchen wischte und es ganz nachdrücklich zuklappte. Sabine, die gar nicht an ein Sattwerden der Kinder glauben konnte, brachte wieder einen zarten Fliegenbissen und wollte ihn dem Nesthäkchen zustecken. Aber Fini öffnete nur ihr Mäulchen, um zu rufen, »Danke, Mama, bin satt, nudel dich satt.« Schließlich kam zu dieser glücklichen Erkenntnis auch Ernst, der größte Schwalbenjunge, der es mit allem gründlich zu nehmen schien. Er schloss nicht nur abwehrend den Schnabel, sondern auch die Augen und deutete damit kurz und bündig an, dass man ihn mit Mücken und Liebe in Ruhe lassen sollte. Am Teich ging es nicht so friedlich zu. Die Grünen und Braunen waren eben in ihren besten Gesangsvereinen zusammengekommen, und der Kapellmeister wollte ein neues Meinglied einüben. Als plötzlich Pankratz in die Höhe sprang und rief, »Gefahr, deckt euch, Dagobert naht!« Hei, was war das, ein Geplätscher und ein Geklatsche im Teich! Als ob der Wirbelwind mit Peitschenschlägen darüber gefahren wäre. Im Nu waren die Schilf- und Seerosenblätter leer, und nur kleine und große Ringe liefen über das Wasser und verrieten, wohin sich die Braunen und Grünen geflüchtet hatten. Langsam kam Dagobert über die Wiese geschritten, zu seiner Rechten Isabella, seine Gemahlin. Stolz und würdevoll hob er sein Haupt und sprach, »Im Turm ist alles in Erregung, wild und heiß. Man könnte meinen, in Afrika zu sein und nicht im kühlen, nüchternen Deutschland. Die Enthüllungsurkunde ist ausgefertigt, und das Glückssiegel habe ich darauf gedrückt.« Isabella klapperte Beifall und sagte, »Geliebter Gemahl, mit freudigem Stolz empfinde ich es, dass wir einem Geschlechte angehören, das sogar die anspruchsvollen Menschen als Glücksboten heilig halten und lieben.« »Ja«, meinte Dagobert, »es gilt eine alte Überlieferung von Mensch zu Mensch, von Storch zu Storch. Sie erbt sich hüben und drüben von Arne zu Enkelkind fort. Wir müssen sorgen, dass dies Erbteil auch bei unseren Nachkommen lebendig bleibt.« »Zu gerne hätte ich es unseren Kindern gegönnt«, sprach etwas erregt Isabella, »dass sie morgen den Tag mit Bewusstsein miterleben. Nun sind sie leider noch in den Eierschalen.« »Schadet nichts«, tröstete in gemessenem Tone Dagobert, »sie erfahren alles in wundersamen Wiegenliedern, die ihnen deine mütterliche Zärtlichkeit dichten und singen wird.« »Ja, ja«, stimmte Isabella ein, »vom Turmgeheimnis und dem unglücklichen Manne, der am Gold verdarb und übers Meer zog, Liebe und Gold zu tauschen, und darüber starb. Vom verborgenen Schatz und von seinen treuen Hütern, von Hans Jakob und den anderen Verbündeten, vom guten alten Turmhahn und von der lieblichen, blonden Anne-Marie.« Dagobert fiel mit ernster Würde ein, »und vor allem nicht zu vergessen, dass wir mit unserer Ankunft auf der Turmzinne erst das Glück wieder zu den Menschen trugen. Das muss den Seelen unserer Kinder ganz besonders tief eingeprägt werden.« Unter diesen Gesprächen war die hochedle Familie Adabar dem Teiche ganz nahe gekommen. Ein paar Grüne aus der Sippe des Pankrats hatten sich bei einem Spaziergang verspätet und trafen nun plötzlich mit ihrem Erbfeinde zusammen. Ehe sie sich ihres jähen Schreckens bewusst wurden, fühlten sie sich aufgehoben und mussten eine kurze Rutschpartie in einem langen Schachte machen. Bei ihrer Ankunft in der Tiefe hatten sie ausgelebt. Nachdem Dagobert und Isabella noch eine Ringelnatter und einige Kröten zu sich genommen, kehrten sie in allerlei erbaulicher Unterhaltung zu ihrer Burg zurück. Leise sank der Abend nieder. Im Schwalbenhaus speisten Xaver und Sabine ihr einfaches Nachtmahl und sprachen dabei vom morgigen Tage und was er alles bringen würde. »Glaubst du wohl, dass wir es schaffen?« fragte etwas besorgt Xaver. »Aber Mann, wer wird so kleinmütig sein?« entgegnete in zuversichtlichem Tone Sabine. »Wir tun es doch aus Liebe, und da fällt nichts schwer.« »Du hast recht, Bänchen«, stimmte Xaver zu und blinzelte mit schläfrigen Augen noch einmal über das Nest. Da kam eben Sepp, der Weberknecht, in Eile heraufgeklettert. »Davos«, rief er in ziemlich großem Abstand vom Schwalbenhaus. »Schon gespeist?« Xaver musste über die Vorsicht des Kankers lachen und sprach, »Botschafter des Geheimbundes sind gefeilt, auch wenn wir noch nicht gesättigt wären, lieber Sepp, und dazu ist Burgfriede.« »Erst von Mitternacht an«, erwiderte Sepp und blieb in der vorigen Entfernung unbeweglich auf seinem Posten. »Meine Tante Isidora sendet mich zu euch, um euch zu melden, dass von Glock zwölf Uhr heute Nacht alle Fäde zu Grabe getragen sein muss, die zwischen den Familien des Stadttores lebt.« »Wie lange, Sepp?« fragte Sabine, die sich eben die Schlafhaube aufsetzte. »Äh, bis das Geheimnis enthüllt und der verborgene Schatz in den Händen unseres Turmherrn ist.« meldete Sepp in etwas leierhaftem Tone, so dass man gleich merkte, er sagte etwas Eingelerntes her. »Ab Dank für die Botschaft«, sprach herablassend Xaver, »den Botenlohn sollst du morgen erhalten.« »Na, zwei Beine habe ich mir bereits abgelaufen, und Mühe genug hat es mich gekostet, bis ich den Auftrag richtig im Gedächtnis behielt.« »Wie ich hörte, hast du noch das große Bundeslied auswendig gekonnt?« fragte Xaver. »Das war eine Kleinigkeit«, meinte Sepp, »das reimte sich klipp und klapp. Drum warte ich meine Tante, sie soll mir die letzte Botschaft auch in Versen geben, aber sie sagte, »Sepp, ein gewissenhaftes Geschöpf muss gebunden und ungebunden seine Pflicht tun.« »Na, verstanden habe ich es ja nicht, aber was sollte ich machen? Und nun, gute Nacht, auf Wiedersehen morgen im Main-Sonnenschein.« »Der wird euch aber bös auf die Augen und Nerven fallen«, sagte Xaver. »Macht nichts«, rief leichtfertig der Kanker, »morgen ist ein Freitag für uns Turmbewohner, da müssen auch wir Nachttiere das Licht des Tages ertragen. Gute Nacht!« Schon war der leichtfüßige Gesell verschwunden. Als er außen am Turm in die Höhe kletterte, um bei Armanda auch seinen Auftrag zu erledigen, flatterte ihm aus dem alten Schranke der Burg Hans Jakobs eine ganze Schar junger Mottenkinder entgegen. Indes aus dem Inneren leise Tick-Tack-Schläge erklang, tanzten die Motten hinaus, sich zurufend, »Zum Licht! Zum hellen Licht!« Die zierlichen Geschöpfe trugen ihre Flügel, die mit einer zarten Farbe duftig gekennzeichnet waren, dachförmig. Auf den vorderen schauten dunkle Punkte aus dem gelben Grunde, während das hintere Paar grau-gelb schimmerte. Alle hatten auf den Köpfchen lehmgelbes wollendes Haar. Nun waren sie im Freien und suchten im Dunkel ihre Sonne. In Jakbs Stube brannte die Lampe, bei deren Licht der Turmherr den neuen Bücherranzen, den Annemarie morgen zu ihrem ersten Schulgang bei ihm holen sollte, zum wiederholten Male von allen Seiten anguckte, ob er auch wirklich untadelig sei. Dann lehnte er sich in seinen Stuhl, und seine Gedanken wandelten langsam, dann immer rascher und rascher zurück, bis sie endlich bei einem schönen Main-Tage angekommen waren. An dem stolzierte mit keck erhobenem Kopf ein frischer, brauner Bub, ausgerüstet mit einer riesigen Zuckertüte, auch zum ersten Mal in die Schule. Und er ging allein. Nicht die Mutter und nicht der Großvater durften ihn begleiten, weil's doch eine Schande für einen Buben wäre, wenn sich der nicht allein in das große Schulhaus und zum strengen Herrn Lehrer trauen würde. Über Jörgs Gesicht flog ein kurzes Lachen, denn der braune Bub war er ja selbst gewesen. Freilich, die Annemarie war ein Mädel, und bei solchen darf schon der Großvater den ersten Schulgang begleiten. Die Annemarie, das einzige Kind seiner Großtochter und einer armen Witwe. Jörgs Gedanken zogen nun in eine andere Richtung, und da ging es langsam und immer langsamer. Es musste Hindernisse und Hemmungen geben, und Steine lagen im Weg, und es schien oft dunkel, und die Augen des Alten waren wohl zu schwach, die Finsternis zu durchdringen. Ja, die Zukunft, wer die bauen könnte, wie man es möchte für herzgeliebte Kinder. Geld regiert die Welt, und Glück hat nicht immer aber doch zumeist goldene Hände. Dabei kam der Jörg ins Sinn und Grübeln, bis ihn zuletzt all das Denken müde machte und ihm die Augen schloss. Nun flatterten die Mottenkinder zum offenen Fenster herein. Sie spreizten ihre Flüglein wie Tänzerinnen ihre Röcklein fassen und drehten sich in einem kecken Ringelrein um die brennende Lampe. »Au!« schrie Sußchen das Kleinste. Sie hatte sich allzu sehr dem weißen Schirm genährt und sich ein Fußspitzchen verbrannt. »Seid vorsichtig, Kinder!« rief Eva Mark, die Führerin, die Wissende und Beauftragte des Geheimbundes. »Das Lied muss einstimmig gesungen werden und mit vollem Brustton, dass es seine feine Wirkung nicht verfehlt. Bleibt in gemessener Entfernung von der Sonne, sonst versenkt sie euch das zarte Herz. Euren Text werdet ihr hoffentlich alle gelernt haben.« »Kannst du alles herrsche?« fragte Sußchen leise die Nachbarin. »Iwo!« lachte leichtfertig Elschen. »Eva Mark singt uns doch den Satz vor, und wir müssen ihn dann zusammen wiederholen. Da denke ich nicht weiter drüber nach und spitze nur die Ohren, wenn das Neue kommt.« »Hast recht«, sagte Sußchen, »so mache ich's auch, denn ich kann nur den ersten und letzten Vers.« »Natürlich!«, erwiderte kichernd Elschen, »weil sie ganz gleich sind. Kunststück!« Nun schwurrte Eva Mark durch die Gesellschaft. »Und jetzt ernst, meine Damen, alle Kraft zusammengerafft. Hans Jakob klopft den Takt von oben, spitzt eure Ohren, dann werdet ihr den richtigen Einsatz finden. »Heucht!« »Also!« »Flieg, Motte, flieg, der Hausfraukampf und Krieg!« Eva Mark hatte mit lauter Stimme gesungen, und nun begannen die Motten, den Text in der gleichen Melodie zu wiederholen. Eva Mark sang »Die Eier legt ins warme Nest, die Wolle ist das Allerbest«, und die Motten sangen dasselbe. Die Führerin begann aufs Neue, »Dem Wirbeln schmeckt sie fein und gut, es mästet prächtig sich die Brut!« Kräftig wiederholten die tanzenden Motten den Reim, und Eva Mark fuhr fort, »Und zu Ende ist nun der feine Schmaus, dann fliegt die Mottenfrau heraus!« Im tollen Wirbel tanzte die singende Gesellschaft um das Licht. Die Führerin war zum letzten Vers gekommen. »Flieg, Motte, flieg, der Hausfraukampf und Krieg!« Da wachte Jörg von dem Geschwirr und dem Mottengesang auf. Angstvoll stoben sie auseinander und flatterten zum Fenster hinaus. Nur Susschen und Elschen waren vom Tanze so müde und vom Lichte so geblendet, dass sie ohnmächtig zu Boden sankten. Jörg aber sagte laut, indem er das Fenster schloss, »Dieses Mottengesindel immer dem Lichte nah, bis es den Lichthunger mit dem Leben bezahlt. Aber Zeit wird's, dass ich in dem alten Speicherkasten nachschaue. Ich will doch mein Sterbekleid mir nicht zerfressen lassen, wäre ja ein Diebstahl an dem schmalen Erbteil meiner Anna-Marie.« Lange noch las der Alte in seinem Dickenbuch. Isidora saß in ihrem Spinnenhaus und freute sich des morgigen Meintages. Oben sagte Hans-Jakob zu der heimkehrenden Eva Mark, »Ihr habt gut gesungen und Takt gehalten. Dafür habe ich ein feines Verständnis. Offentlich habt ihr nicht allzu sehr in dem Kram gewütet.« »Nicht mehr als nötig, um unseren Hunger zu stillen,« entschuldigte sich Eva Mark. »Wir wollen noch zu Anna-Maries Häuslein fliegen und auch dort unser Lied singen. Es wird für alle Fälle gut sein. Doppelt genäht? Hält besser.« Auf der Turnzinne trennten sich Till und Ludmilla mit dem bedeutungsvollen Gruße »Auf morgen! Glück auf!« Eine helle Mondnacht schaute auf das alte Stadttor herab. Zwölftes Kapitel Das Geheimnis wird enthüllt Mit Sonnengohs und Lärchengesang hatte sich ein wunderbarer Meintag eingestellt. Die Wetterfahne auf dem alten Stadttor schien ihr braunes Rostkleid abgelegt zu haben. So glitzerte und funkelte sie im Glanz der Morgensonne. Die Knospen, Mann, Baum und Strauch hatten just den ersten Maitag abgewartet, um die Hüllen zu sprengen. Noch unentschlossen, ob sie den Sprung ins Leben wagen sollten, falteten sich die äußeren Blätter auseinander, während die Inneren sich eng und vorsichtig zusammenschmiedten. Auf den holprigen Straßen und Gassen des Städtleins sah man junge Menschenkinder dahintrippeln, den Baumknospen gleich, keck und doch im innersten Zarg, den Kampf mit dem Leben aufzunehmen. War doch heute ihr erster Schulgang! Das alte Stadttor entließ eben auch solche kleine Menschenblüte, die in seinem Licht und Schatten sich entfaltet hatte. Den mächtigen Bücherranzen stolz auf dem Rücken tragend, die Rechte aber zaghaft in die Hand des Großvaters gelegt, schritt Annemarie dem unbekannten Neuland entgegen. Ebenso tapfer überstand sie den Abschied von ihrem Beschützer, der langsam und sinnt ins Stadttor zurückkehrte. Sonderbar verwaist und leer kam es ihm heute vor. Eine seltsame Unruhe trieb ihn vom Keller bis hinauf in den Speicher und zur Turmzinne. Da wunderte er sich, dass Familie Adebar den herrlichen Meintag nicht zu einem Spaziergang über die Wiese benutzte. Aber freilich, die hatte ihre Sorge um die Kinderstube, die sich bald füllen würde, und blieb lieber sinnend und brütend über dem Neste. Als Jörg durch den Speicherraum schritt, schien es ihm, als ob der alte Kasten unter seinen Tritten schwankte. Das war doch nicht möglich. Fingen die Motten, die gestern Abend um seine Lampe getanzt, nun an, in seinem Hirn zu schwirren? Aber nach den Motten musste geschaut werden, heute noch. Die fraßen ihn am Ende noch sein Sterbekleid zusammen. Für Annemarie war ein Besuch im Speicher ein Fest. Sie sollte ihn nachmittags begleiten. So schlich der Vormittag träge dahin, und heiß lag die Sonne über dem Tor. Jörg war in seinem Stuhle eingenickt. Isidora, die Kreuzspinne, saß in der Mitte ihres Hauses und hörte von oben dem leisen Klopfen Hans Jakobs zu. Alles ist fertig, es muss zum guten Ende kommen, sagte sie leise zu sich selbst. Hat sich doch der arme Kanker gestern noch dreieinhalb Beine abgelaufen. Bis dieser Leibesschaden wieder geheilt ist, mag's lange dauern. Aber Ambross Grille sollte noch mal das Bundeslied aufgeigen. Mit raschem Entschluss verließ Isidora ihr Haus und eilte zum offenen Dielenspalt, wo Grilles wohnten. Christenz hatte gerade die Kinderstube aufgeräumt. Den Kleinen waren die Kleider zu eng geworden, und nun half sie ihn beim Anlegen der Neuen, was nie ohne Schmerz und Klagen abging. Als Isidora an der Haustüre klopfte, lief Christenz dem Besuch entgegen. »Ich will Sie nicht lange stören, liebe Frau Christenz«, sagte Isidora, »ich weiß, man hat als Mutter ungeheuer viel im Frühling zu tun. Ich würde auch die unpassende Besuchszeit nicht gewählt haben, wenn's anders ginge. Aber unser Turnherr sitzt behaglich in seinem Lehnstuhl und ist, wie mir scheint, gerade in der rechten Stimmung, unserem Bundeslied zu lauschen. Da wollte ich den verehrten Künstler bitten, noch mal das Lied aufzugeigen.« »Gewiss, verehrte Isidora«, entgegnete Christenz, »Ambross stimmt eben seine Geige, um den Kleinen über die Unbehaglichkeit des Kleiderwechsels hinüber zu helfen. Ob er jetzt seine Wiegenlieder spielt oder unser Bundeslied, ist ja schließlich gleichgültig. Unseren Kindern ist der Text einerlei, sie horchen nur auf die Melodie.« »Nun, dann will ich nicht länger stören«, sprach Isidora, »ich habe ohnehin noch ein Telefongespräch mit Hans Jakob zu erledigen. Nur nicht gar zu fleißig, liebe Christenz, denken Sie doch auch an das heutige Fest.« Damit machte Isidora kehrt und war bald wieder in ihrem Haus. Jörg schlief und träumte, was er gestern im Wachen gedacht und gesonnen hatte, weit, weit zurück in die Vergangenheit und einen kurzen Pfad hinaus in die ungewisse Zukunft. Auf einmal mussten die Träume Halt machen, denn ein wunderbares Singen und Klingen einer fernen Geige tönte in sein Ohr, und immer waren es die gleichen seltsamen Worte. Ein lautes »Niau« fuhr dazwischen, und Peter stand auf der Schwelle der offenen Türe, und hinter ihm drein kam die blonde Annemarie und mahnte den Peter zum Schweigen, denn nun müsse sie doch dem Großvater alles haarklein erzählen. Hei, was für eine neue Welt hatte sich dem Tor des Schulhauses aufgetan! Der kleine Mund wusste schier kein Ende mehr zu finden, und immer neue Fäden schwang von einem Ereignis hinüber zum anderen. Ein Netz von Eindrücken, in dem die Fäden kreuz und quer liefen. Isidora lauschte und wusste vor Erregung, sich nicht mehr zu meistern. Ging das so weiter, dann hatte Ambrus Grillo umsonst sein Bundeslied gegeigt. Zum ersten Mal fühlte Isidora einen leichten Zorn gegen das blonde Kind in ihrer Spinnenseele emporsteigen. Da plauderte Annemarie weiter. Und Großvater nur hättest sehen sollen, wie die Schule aus war, wie wir alle hinausgesprungen sind. Der Herr Lehrer hat gelacht, wie die Motten ans Licht. Oh, ja so, da fällt mir wieder ein, was die Mutter gesagt hat. Gestern Abend sind die Motten ganz wild geflogen, und du sollst dem Kasten oben nachschauen. Die fressen sonst alles zusammen. Ja, und Geld, ich darf mit hinauf. Im Nu war das Neuland der Schule, versunken vor dem geheimnisvollen Zauber des halbdunklen Speicherraums. Jörg war bereit und stand rasch auf. Beide verließen die Stube, gefolgt von Peter, und stiegen die Wendeltreppe empor. Isidora klopfte leise an die Decke. Hans Jakob gab ein Zeichen, dass sie die Meldung verstanden habe. Eine mächtige Erregung durchzitterte alle Glieder des Geheimbundes, denn das wunderbare Ereignis stand vor seiner Erfüllung. Vor dem Fenster der Turmstube waren Xaver und Sabine schon ein paar Mal hastig vorübergeflogen. Als Jörg mit Annemarie verschwand, sausten sie durch den kreisrunden Ausschnitt in den Speicherraum und riefen, »Wiedewitt! Hans Jakob, lass nun den Zauber beginnen!« Und schmiegten sich dann zuoberst auf einem Dachbalken zusammen und warteten der Dinge, die kommen sollten. Auf einmal klang ein leises, fast unhörbares Klopfen, und dann tat es einen großen, furchtbaren Krach. Ein Gepolter war's von übereinanderstürzenden Holzscheiten, ein Rieseln von Schutt und Erde, kurz ein Höllenlärm, dass man glaubte, nicht nur der Speicher, sondern der ganze Turmfall in sich zusammen. Zwischendurch ein eigentümlich helles Klirren, ein seltsam metallisches Lachen, eine wunderbare Mischung feiner Glockentöne. Als Jörg und Annemarie eintraten, hüllte sie zunächst eine dicke Staubwolke ein. Bis diese langsam zu Boden sank, war der erste Schrecken überwunden. Jörg ließ Annemarie, die er schützend in die Arme geschlossen hatte, los, rieb sich die Augen vom Stauberein und sagte, »Da haben wir eine schöne Bescherung, Kind. Der alte Kasten ist wie ein Kartenhaus zusammengestürzt. Respekt vor den Ratten und Mäusen und, nicht zu vergessen, dem Holzkäfer. Hätte nimmer gedacht, dass er diese Leistung noch zu meinen Lebzeiten fertig brächte.« Dabei schritt er zu den Trümmern, die in einem wirren Haufen durcheinander lagen, räumte die schmutz- und staubbedeckten Kleidungsstücke auf die Seite und schichtete auf der anderen die zerfressenen, morschen Holzteile auf. Annemarie half bei diesem Aufräumungswerk nach besten Kräften. Der Staub hatte sich verzogen. Durch die Luke vermochte wieder das Licht des Meintages zu dringen. Auf einmal schrie Annemarie, »Da, schau, Großvater, ein Haufen Gold und Silber, schau nur, schau nur, wie es funkelt und glitzert!« Mit zitternden Händen kam der Alte. Richtig, zwischen den Trümmern der Rückwand hing Fetzen eines grauen Säcklein, dem der Goldregen entquollen sein mochte. Jörg untersuchte die Trümmer der Rückseite und fand die Reste einer Doppelwand, zwischen der der Schatz verborgen war. »Großvater, Geld, jetzt bist du reich!«, fragte Annemarie und hüpfte auf einem Bein. »Nein, nein!«, antwortete mit den Händen ab, während der Alte, »deinetwegen wollte ich, du hättest recht, aber das Gold gehört nicht mir.« »Wem dann?«, erwiderte verwundert das Kind. »Der Staat, Annemarie, das muss sorgsam abgeliefert werden, kein Stück darf verloren gehen!« Hans Jakob war vor dem großen Zusammenbruch in einem Dielenspalt verschwunden. Dort lauerte er auf die weitere Entwicklung. »Tach, eine schöne Geschichte!«, brummte er zornig. »Tier, Stadt abliefern! Dafür hab ich mich nicht geplagt! Wo bleiben denn Xaver und Sabine? Haben die ihre Rollen vergessen?« Aus seinem Loch in der anderen Ecke schaute Phipps, der Mäusejüngling. Seine Mutter hatte ihm heute Nacht den Rat gegeben, durch eine Heldentat sich auszuzeichnen und dadurch den Makel der Feigheit, der auf dem ganzen Geschlecht lastete, zu tilgen. Er solle das Testament unter dem Schutt hervorziehen und dem Turmherrn vor die Füße legen. Er brauche sich vor niemand und nichts zu fürchten, da er ein unverbrüchlicher Burgfriede geboten sei. Schon wollte der mutige Phipps den Lorbeer holen, aber, oh weh, ganz in der Nähe saß Peter, der Kater Annemaries, und hat es sich auf dem warmen Schutt ganz behaglich gemacht. »Nein, das war zu viel, Unmögliches kann man auch von einer Heldenseele nicht verlangen.« Phipps zog sich zurück, legte sich aufs Ohr und träumte von den verpassten Heldenehren. Nun aber war die Zeit für Xaver und Sabine gekommen. Mit ihren klugen Augen hatten sie sofort das wichtige Papier erkannt, das aus dem Schutt hervorschaute, und teilten sich in gewohnter Weise die Arbeit ein. Xaver scharrte den Staub und die Erde weg, während Sabine behutsam das Schriftstück in den Schnabel nahm und festhielt. Beiden wurde es über dem Rettungswerk ordentlich heiß, bis auf einmal der Widerstand zu Ende war und Sabine das Papier frei bekam. Der alte Jörg überlegte gerade, ob er nicht einen Boten zu den Stadträten schicken sollte, mit der Meldung des merkwürdigen Fundes. Die mochten dann kommen und die seltsame Geschichte in Augenschein nehmen. Dicht vor Annemaries kleinen Füße hatte das Schwalbenpaar das Schriftstück mit vereinten Kräften gezarrt. Mit einem listigen »Biedewitt« empfahlen sie sich und flogen glückselig jubelnd in die Main-Sonne hinaus. Annemarie hob das Papier auf und gab es ja. »Schau, Großvater, der große Brief war auch beim Schatz. Die Schwäblein haben ihn herausgezogen.« »Immer wunderbarer«, murmelte der Alte, »wir wollen nun hinunter in die Stube. Du musst dich meine Brille aufsetzen. Wenn du schon lesen könntest, Annemarie, ach, das wird einmal fein. Dann braucht der Großvater sich nicht mehr mit dem Augenglas zu plagen, gell? Jetzt aber springst du schnell zur Mutter und sagst, sie soll gleich herüberkommen. Wir müssen sofort ins Rathaus schicken.« Drunten in der Turmstube hatte Jörg das große Schreiben entfaltet. Das Papier war gelb und stockig, die Schrift aber bis auf den kleinsten Punkt unversehrt. Wiederholt hatte der Alte die Niederschrift gelesen und immer wieder die Brille geputzt, als ob er dieser nicht trauen dürfe. Was doch schwarz auf weiß in großen, steilen Buchstaben dastand. Geschahen wirklich noch Zeichen und Wunder in dieser Welt? Er las mit halblauter Stimme. Mein letzter Wille. Alles ist eitel, hat der König Salomo gesagt, und er hat Recht gehabt. Mein Herz hängte sich an Gold, und darüber verlor ich Frau und Kind. Die Frau liegt draußen auf dem Gottessacker. Mein Kind hatte die Freiheit lieber als mein Gold und verließ mich. Es zog übers Meer in die neue Welt. Dann kam die große Einsamkeit in mein Leben. Ich hasste das Gold und die Menschen. Damals wurde ich der Turmherr im alten Stadttor und gut Freund mit dem Kauz und der Eule, der Fledermaus und der Totenohr. War ich doch selbst für die anderen ein Kauz und zählte zu den Toten. Aber noch war ich nicht tot, ich konnte nicht sterben. Der Klopfkäfer in mir ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Nun will ich mich aufmachen und mein Kind suchen. Finde ich den Sohn, dann kehre ich zurück und will gerne einsam im Turm sterben. Für diese Zeit lege ich den Schatz in die Doppelwand des Kastens. Niemand wird das Gold finden, bis Maus und Holzwurm das Geheimnis lösen. Wem sie den Schatz zuerst zeigen, der soll der rechtmäßige Besitzer sein. Das ist mein letzter, klarer Wille. Er lasse sich von einem, der nichts mehr hofft, als einen ruhigen Tod gesagt sein. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönt Erz oder eine klingende Schelle. Der Finder des Schatzes nehme mein Gold und mein Wort auf, dann ist ihm der Schatz nicht ein Fluch, wie es mir gewesen, sondern ein Segen. Das walte der ewige Gott. Altes Stadttor am 1. Mai 1864 Hans-Joachim Kroner Mählich ging der Main-Tag zu Ende. Welch seltsam Zusammentreffen! Am gleichen Tage, an dem der Schatz verborgen wurde, kam ans Licht. Eine große Kommission der Stadtväter prüfte die merkwürdige Geschichte gründlichst nach allen Seiten. Die gesamte Gelehrsamkeit war dazu aufgeboten worden. Aber es gab da kein Drehen und Deuteln. Die Sache war so licht und klar wie das Gold und Silber, das sich in dem wurmstichigen Schrank gefunden hatte. Der rechtmäßige Erbe war und blieb der alte Jörg. Den ganzen Tag ging er wie im Traum umher. Was lag ihm an dem Schatze? Für Annemarie und ihre Mutter freute ihn der Fund. Er selbst hatte, was er brauchte. Sogar sein Sterbeanzug war tadellos erhalten, und Annemaries Mutter sang ein Loblied auf die Motten, die solch zarte Rücksicht geübt und sich mit minderwertigerem Wollzeug begnügt hatten. In der Nacht aber, als Jörg schon lange in friedlichem Schlummer lag, schaute der Mond auf ein seltsames Fest im alten Stadttor. Auf der Zinne waren alle versammelt, die dem Turmherrn zum Schatze verholfen hatten. Nur Kasper und Nickel, die beiden Wanderratten, fehlten. Sie mochten ihre Reise übers große Wasser schon angetreten haben. Auch Susschen und Elschen, die Mottentänzerinnen, waren nicht mehr aus ihrer Ohnmacht aufgewacht. Ambrus Grille geigte ein Festlied zum Preis der Turmverschwörung und hob in einer Schlussstrophe besonders das große Verdienst Hans Jakobs hervor, der seine eigene Stammburg in Grund und Boden zerstört hatte, um das Glück des Turmherrn zu erbauen. Hans Jakob dankte für die Ehrung und meinte lachend, »Zum Glück kein Grund zu Trennungsschmerz. Ich könnte nicht aus dem Stadttor scheiden, das wäre mein sicherer Tod. Habe mir bereits einen neuen Wohnsitz erkoren. Die getäfelte Decke im Turmzimmer bietet Raum für mich und meine Nachkommen. Gleich nach dem Feste siedeln wir dorthin über.« Am lustigsten waren Kanker und Xaver, Ernst und Stillutmiller die Eule und Isidora die Kreuzspinne. Als die Mitternacht vom Kirchturm schlug, war mit dem letzten Klang das Fest zu Ende. Das war die Geschichte vom Geheimnis des alten Stadttores. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.